Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 105, heute vom 10. August 2018 und heute begrüßen wir euch aus dem Gasthof Hedinsö, einer Galerie, einem Café, einem Restaurant in Kloster auf Hedinsö. Oder heißt es etwa O? Ne, Ö, ne? Ö, ne? Ö passt schon, ne? Ö passt schon, genau. Genau, und an den Mikrofonen begrüßen euch wie immer Philipp Hanse und Ulf Burmeier. Genau, es sind ja ein paar Leute hier, es ist ein sehr intimer Rahmen heute. Und bevor wir uns das Projekt nochmal kurz vorstellen, weil auch ein paar Menschen hier sind, die das Projekt noch nicht kennen, dachten wir, müssen wir begrüßen. Absolut. Unsere Gäste. Und weil das hier so ein intimer und überschaubarer Rahmen ist, machen wir das natürlich namentlich. Und ganz persönlich. Ganz persönlich, also wir begrüßen Remo, Matthias, Johannes, Drama mit Kasimir, Simone, Stefan, Heike, Mandy, Sibylle, den Eisbär, Tobi, Dagmar, Anja. Und unsere Gastgeber natürlich gleich besonders doppelt, Uwe, Katrin, Moni, Susi, Christian und Nora. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Genau, und ich weiß nicht, war Remo jetzt auf dem Zettel drauf? Remo war auf dem Zettel drauf. Remo war auf dem Zettel drauf, super. Habe ich ja vielleicht ein bisschen vermischt, das tut mir leid. Wunderbar. Genau, also nochmal ganz kurz zum Projekt. Also mein Name ist Philipp Hanse, ich bin Journalist in Berlin und arbeite vor allen Dingen für den Deutschlandfunk und mache seit mehreren Jahren Podcasts. Genau, und mein Name ist Ulf Burmeier, ich bin Jurist, ich bin zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Verfassungsgerichtshof in Berlin und außerdem ehrenamtlich Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Da kommen wir vielleicht auch später noch kurz zu, haben wir ein Thema, das damit in Kontakt ist. Und Philipp und ich machen seit etwas über zwei Jahren grundsätzlich jede Woche einmal diesen Podcast. Genau, wir kehren halt einmal die Ereignisse der vergangenen Woche zusammen, versuchen sie so ein bisschen darzustellen und uns einen Reim darauf zu machen, was das denn so bedeutet. Bevor es losgeht, vielleicht noch ein kurzer organisatorischer Hinweis, damit man nicht so in der ganzen Geschichte, die so eine Stunde ungefähr, so was dauert wird, eine gute Stunde hin und her laufen muss. Wenn Sie Getränke bestellen möchten, glaube ich, reicht ein kleines Handzeichen in Richtung Tresen und dann kommt jemand und nimmt die Bestellung auf und bringt dann auch das gewünschte Produkt. So machen wir das. Genau, und jetzt springen wir mitten hinein in unser sogenanntes Pet. Wir bereiten ja immer unsere Sendung vor, inzwischen ist es ein Google Doc, wo Philipp und ich beide Stichworte reinschreiben, wo so eine kleine Gliedung entsteht. Und als erstes großes Thema in dieser Woche steht dort drin, das Abkommen mit Spanien. Genau, das Abkommen mit Spanien ist natürlich deshalb so wichtig, weil wir natürlich diesen Sommer über ein großes Drama miterleben durften, an dem fast die deutsche Regierung zugrunde gegangen wäre. Nämlich der Streit um, wie gehen wir eigentlich mit Flüchtlingen um und Horst Seehofer hatte gefordert, dass er auch die ganzen dicht machen kann und Flüchtlinge einfach zurückweisen kann. Und da gab es dann nach langem Hin und Her und viel Tränen und Therapie und Gozeter und Angst ein Abkommen, beziehungsweise ein Kompromiss, der im Kern darauf hinaus lief. Ja, die deutsche Regierung wird Abkommen schließen mit Ländern wie Italien, Griechenland und Spanien, um Asylbewerber, die schon einen Asylantrag gestellt haben in diesem Land, die dann an die deutsche Grenze kommen, beziehungsweise genauer an die bayerisch-deutsche Grenze, Österreich-deutsche Grenze, diese Menschen dann innerhalb von 48 Stunden zurückweisen zu können. Und da waren alle gespannt, Horst Seehofer wollte das aushandeln, Anfang August was vorlegen. Und nun kam aus dem Innenministerium die große Erfolgsmeldung, haha, das erste Abkommen ist unter Dach und Fach, alle haben sich immer gefragt, geht das, klappt das, wollen die Länder das? Und jetzt kam also diese Woche die Meldung, das erste Abkommen mit Spanien ist unter Dach und Fach und auch die New York Times jubelte, Mensch, super, neues Abkommen, da tut sich was, die machen was. Aber bei genauen Hinscheinen ist es halt nicht mal heiße Luft. Das muss man so deutlich sagen, denn, oder man kann sich nicht mal fragen, warum macht Spanien das eigentlich, warum hat Spanien eigentlich irgendein Interesse ohne Gegenleistung, Menschen wieder zurückzunehmen und zum Beispiel mit ihnen ein Asylverfahren durchzuführen, die sich doch schon quasi in Deutschland befinden und wo man doch aus spanischer Perspektive vielleicht ganz froh sein könnte, dass man damit jetzt nichts mehr zu tun hat. Und die Antwort darauf ist, in der Tat wird Spanien auch vermutlich ganz wenig damit zu tun bekommen, denn dieses Abkommen dürfte in der Praxis nur eine extrem geringe Relevanz zeitig. Null Effekt, also was steht drin, also ab Samstag, morgen, ab Samstag können also Leute, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden. Also an einem Grenzübergang, innerhalb von 48 Stunden nach Spanien zurückgeschickt werden, wenn sie dort einen Asylantrag schon gestellt haben. In Spanien? In Spanien. Nicht, aber dann, wenn sie nur in Spanien registriert worden sind. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, der die Zahl derjenigen, die das betrifft, extrem minimiert. Also ich will nicht sagen auf Null schraubt, aber doch nahe Null geht, weil, also die Zahl ist, das Bundesinnenministerium hat gesagt, es kommen derzeit zwischen Juni und August 150 Menschen an die Grenze, die das betreffen würde. Die also in einem anderen EU-Land schon einen Asylantrag haben. 150 Menschen in zwei Monaten, das bedeutet 75 Menschen im Schnitt im Monat, das sind also zwei bis drei Leute pro Tag und zwar aus allen EU-Ländern. Und wenn man jetzt guckt, wie viel davon kam aus Spanien, haben wir jetzt nicht gefunden, aber viel mehr als zwei bis drei könnte es nicht sein. Aus allen Ländern nur zwei bis drei sind. Also kurz und gut, schlimmstenfalls oder bestenfalls, wie man das formulieren will, würde es zwei bis drei Menschen aus Spanien betreffen, wobei man dann eben nicht weiß, das sind aber nur die, die tatsächlich Asyl beantragt hatten. Das ist nur die, die über Asyl beantragt hatten und die müssen jetzt auch nicht nur in Spanien Asyl beantragen, sie müssen auch Spanien verlassen, sie müssen Spanien über Frankreich, Schweiz, Italien Richtung Österreich verlassen, sie müssen von Österreich nach Bayern einreisen wollen und sie müssen an der bayerischen Grenze überhaupt gefasst werden, an diesen Grenzübergängen. Ich bin da neulich rüber gefahren, ich konnte mir das ja immer nicht vorstellen, ich bin im Urlaub über die bayerisch-österreichische Grenze gefahren, also wenn du von Bayern nach Österreich fährst, ist alles wie immer, schön EU, Schengen, du fährst einfach rüber. Wenn du aber von Österreich nach Bayern fährst, dann verengt sich irgendwann die Autobahn, so mit diesen weiß-roten Pömpeln wird sie immer dichter gemacht, bis auf die eine Spur bist, irgendwann verengt sich auch nur diese eine Spur, dass du kaum noch mehr fahren kannst, du musst echt langsam fahren. Und dann steht da halt ein Polizeiauto, Bundespolizei glaube ich und die stehen halt da mit Waffen und zwei, drei, vier Beamte und gucken halt in jedes Auto, die halten das nicht an, aber die gucken zumindest rein, wer sitzt drin und ich nehme an, ich habe es nicht gesehen, aber bei Verdacht halten sie dann die Leute auch an. Nur ich kann mir schwächt vorstellen, dass jemand, der in Spanien Asyl beantragt hat, sich in ein Auto setzt vorne, zu zweit, womöglich alle drei, die da pro Monat aufschlagen, setzen sich in ein Auto und fahren über die Grenze und werden dann angehalten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die gefunden werden, die sitzen doch irgendwo hinten im LKW oder keine Ahnung wie. Ja, zumal man ja sagen muss, es ist auch nicht der direkte Weg von Spanien nach Bayern über Italien und Österreich, man könnte auch auf den Gedanken kommen über Frankreich zu reisen, wo es diese Kontrollen ja nicht gibt. Und dann bist du drin und dann passiert nichts. Oder man kann natürlich auch sich das ganz einfach machen und einfach 500 Meter neben der Autobahn über die grüne Grenze laufen, könnte man auch mal machen, darf man nicht, aber ist ja technisch nicht problematisch, gibt es in aller Regel nicht mal mehr einen Zaun. Also mit anderen Worten, was hier abgelaufen ist, das kann man glaube ich mit Fug und Recht als reine Symbolpolitik beschreiben, wenn überhaupt. Das hätte Horst Seehofer alles ohne dieses riesen Koalitionsdrama haben können, denn ganz ehrlich, dieses Abkommen hätten die Spanien ja vermutlich auch vorher schon geschlossen gegen eine Flasche Schnaps. Also das war wahrscheinlich nicht nötig, da irgendwelche größeren Verhandlungen zu führen. Nein, zugleich muss man sagen, das Abkommen dürfte quasi den Ast absägen, auf dem es sitzt, um ein etwas schiefes Bild zu verwenden, denn dieses Abkommen schafft natürlich für geflüchtete Menschen einen enormen Anreiz, keinen Antrag auf Asyl in Spanien zu stellen, weil dann nämlich diese Rückführung sie nicht mehr betrifft. Sondern wenn sie sich einfach registrieren lassen und sie halt dahin gehen, wo sie hinwollen, nämlich nach Deutschland und nur registriert sind, dann sind sie aus diesem Abkommen raus und alles ist wie immer. Also man muss ganz deutlich sagen, die Wählerinnen und Wähler in Deutschland werden hier für dumm verkauft, indem man so tut, als wenn dieses Spanienabkommen irgendeinen Einfluss haben würde auf die Anzahl der Menschen, die tatsächlich in Deutschland als Migranten ankommen und dann sich hier im Asylverfahren befinden. So ist also eigentlich nicht weniger als Selbstinszenierung, Horst Seehofer will ja das Drama irgendwie rechtfertigen, was er da veranstaltet hat und vom Zaun gebrochen hat und ja. Aber ist denn nicht dieses, um da vielleicht nochmal so ein bisschen eine andere Position einzunehmen, ist denn nicht das Anliegen, also auch wenn dieses Abkommen jetzt absurd ist, aber ist denn dieses Anliegen von Horst Seehofer, möglichst Menschen, die schon in anderen Ländern Asylanträge gestellt haben, auch zurückzuschicken, ist dieses Anliegen denn nicht legitim? Ich finde das im Kern okay, nur man kann es halt, man muss dafür nicht die deutsche Regierung gefährden und einen riesen Drama veranstalten und ich finde es vor allen Dingen nicht okay, das bilateral zu machen. Das wäre auch mal das Argument von Angela Merkel. Ja, das finde ich ist auch, das ist auch nachvollziehbar, wenn jetzt anfängt jedes Land mit jedem anderen Land irgendwelche Verträge abzuschließen, wie sie denn mit Flüchtlingen umgehen wollen, mit registrierten Asylbewerbern, dann ist das keine Lösung für das Problem, was wir haben, offensichtlich. Nämlich wie werden diese Flüchtlinge verteilt, wie sollen wir mit denen umgehen, wer ist dafür zuständig, das was in der EU bisher als Regelung gilt, dieses Dublin-Abkommen ist sicherlich nicht tragfähig, das hat sich nicht so als valide erwiesen, weil da halt ganz wenige Länder nur dann mit den Leuten da sitzen. Aber da muss halt eine europäische Regelung gefunden werden, auch wenn das mühsam ist. Das wäre wahrscheinlich die Lösung, jedenfalls soll auf der Grundlage eben der Einigung innerhalb der C-Parteien vor einigen Wochen jetzt weiter versucht werden, weitere Abkommen zu schließen, denn zahlenmäßig mindestens ebenso relevant wie Spanien sind ja Griechenland und Italien. Jedenfalls Italien hat schon sehr deutlich gemacht, dass sie kein Abkommen schließen wollen, Italien ist ja eine sehr rechte, sehr migrationsfeindliche Regierung zur Zeit im Amt und deswegen ist da sehr unwahrscheinlich, dass die freiwillig irgendwelche Migranten zurücknehmen werden. Bei der Gelegenheit noch ein interessanter Podcast-Hinweis, Philipp, das haben wir vorher noch nicht besprochen, fällt mir gerade ein, apropos Migration, weil nämlich in diesem Podcast die italienische Regierung auch eine große Rolle spielt. Nikolaus Seemag hat in den Elementarfragen ein interessantes Interview geführt mit einer jungen Dame, die mal mitgefahren ist auf einem solchen Rettungsschiff im Mittelmeer. Ich habe jetzt den genauen Namen nicht mehr verfolgt, ich glaube Maike heißt die junge Frau, jedenfalls findet ihr sofort Podcast Elementarfragen von 4000 Herz, finde ich ein sehr interessantes Interview. Okay, das zweite Thema diese Woche ist diese geplante Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht, das haben wir mal aufgenommen, weil wir das aus verschiedenen Perspektiven irgendwie ganz interessant fanden, also was ist da geplant, Sarah Wagenknecht, was ist sie eigentlich, ist sie eine der beiden Parteichefin der Linken oder ist sie eine Fraktionschefin der Linken? Bin ich nicht mehr ganz sicher, was sie jetzt für einen Job hat, reichen wir nach, jedenfalls hat sie mit einigen Mitstreitern eine neue Bewegung gegründet und die erscheint jetzt im Internet unter der interessanten Adresse aufstehen.de. Ich war ja persönlich ganz überrascht, dass diese URL, diese Domain überhaupt noch frei war, ne, aufstehen, irgendwie, nachdem es das Internet ja schon über 20 Jahre gibt, so im allgemeinen Bewusstsein, hätte die auch mal wechseln können. Gut, aufstehen.de war noch frei und seit dem 4. August gibt es jetzt diese Website, am 4. September, also einen Monat später, soll es mit der Bewegung eigentlich losgehen, mit dieser Sammlungsbewegung und auf die Fahnen geschrieben haben sich Sarah Wagenknecht und ihre Mitstreiter, sie wollen für ein gerechtes und friedliches Land streiten und sie wollen explizit eintreten für Leute oder ein Angebot bieten für Leute, die keine Partei wollen oder ihre bestehende Partei nicht verlassen wollen. Und sie wollen auch explizit keine Partei sein, ebenso eine Plattform, die Druck auf andere Parteien machen soll. Und da ist so ein bisschen die Frage, sie hat das ja, ich habe das versucht gerade nochmal nachzugucken, da ist so ein bisschen die Frage, was soll das? Oder? Also ich meine, hat sie sich dazu geäußert? Sie hat sich dazu ausführlich geäußert, sogar in einem Interview im Spiegel, im aktuellen Spiegel und da wurde sie natürlich auch gefragt, warum seid ihr denn keine Partei? Ihr wollt doch ganz offensichtlich politischen Einfluss gewinnen und der klassische Weg, wie man das in Deutschland eigentlich macht, ist ja, dass man sich entweder in einer bestehenden Partei engagiert oder eine neue Partei gründet. Und da sagt Sarah Wagenknecht, nein, sie will ein Angebot für alle schaffen, die sich eine Erneuerung des Sozialstaats und eine friedlichere Außenpolitik wünschen. Und zwar egal, in welcher Partei man gerade Mitglied ist. Und in der Tat ist dieses Konzept auch ein kleines bisschen aufgegangen, kann man sagen, gleich vom Anfang an dabei sind bei dieser neuen Sammlungsbewegung Antje Vollmer, grünes Urgestein, dann Marco Bülow aus dem Ruhrgebiet, ein SPD-Mann, relativ prominent, sagen wir mal, bei eher linkeren Sozialdemokraten. Andererseits aber in der Partei auch relativ isoliert, ehrlich gesagt, gilt so als linker Abweichler und auch so ein bisschen als Quertreiber. Ich persönlich finde viele Positionen von ihm allerdings sehr interessant. Und drittes Beispiel für die Partei, die Linke, da ist zum Beispiel Sevim Daktelin dabei. Genau, also ich finde das Projekt deshalb interessant, also erstmal bin ich froh, wenn sich eine neue Bewegung in Deutschland gründet, ob sie sich jetzt Partei nennt oder nicht, dass sie halbwegs auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen sind. Da bin ich erstmal schon dankbar, wenn da nicht irgendwie wieder so eine merkwürdige Partei auftaucht, für die man das nicht einfach so sagen kann. Zweitens finde ich halt interessant die Frage, wie kann man Menschen dazu bewegen, sich politisch zu engagieren, ohne in eine Partei einzutreten und sich dort hochdienen zu müssen mit dem ganzen Salat, der da hinten dran hängt. Und da gibt es auch in anderen Parteien ja Überlegungen, wie können wir, also SPD, CDU weiß ich, wie können wir Menschen, sagen wir mal, eine Mitarbeit, ein Mitwirken ermöglichen, ohne, genau, ohne dass sie halt wirklich Parteimitglied sind. Zum Beispiel projektorientiert, dass man sagen kann, okay, wir sind eine Partei, hier gibt es ein Thema, für das interessierst du dich. Da sind wir auch dran am Arbeiten, wir arbeiten da Konzepte, aber du kannst dich daran beteiligen, ohne in die Partei eintreten zu müssen, sondern projektorientiert. Das ist dann irgendwie zwei, drei Monate und du machst hier bei uns, bei der CDU oder bei SPD mit, ja, bist vollwertig, kannst mit abstimmen, pipapo, aber eben nur für dieses Projekt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es vor allem jüngere Leute, speziell wenn das dann noch so mit digitalen Instrumenten irgendwie alles umgesetzt ist, durchaus attraktiver ist, sich an so einer Partei, an welcher auch immer, an politischem Geschehen, an der Gesellschaft zu beteiligen, wenn das der Fall sein würde, wenn das möglich wäre. Und so eine Sammlungsbewegung, das scheint zumindest ihre Absicht zu sein, geht in eine ähnliche Richtung, ja, die sind ja alle in ihrer Partei, die sind alle, die sind alle in der SPD, die sind alle in der Linken, die sind zum Teil bei den Grünen, die sollen ja nicht austreten, sondern können auch bei dieser Sammlungsbewegung mitmachen, du kannst auch bei dieser Sammlungsbewegung mitmachen, wenn du in gar keiner Partei drin bist. So, das finde ich erstmal so als Idee, ganz hübsch und ihre Idee ist, oder sagen wir mal, das Kalkül ist, dass Ideen, die in der Sammlungsbewegung erarbeitet werden, dadurch, dass eben dort viele Menschen aus anderen Parteien auch mitmachen, wieder diese Ideen zurückfließen, vielleicht in das Programm, in die Politik der anderen Parteien. So, das ist so ein bisschen das Kalkül. Ich habe Zweifel, dass das aufgeht. Also du findest grundsätzlich mal, um das vielleicht so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, du findest, glaube ich, den Ansatz gut. Nein, also ich versuche einfach nur zu rekapitulieren, damit ich dich richtig verstanden habe. Also du findest es im Grunde gut, glaube ich, wenn man sich eben nicht gleich jahrelang beteiligen muss, nicht jahrelang Plakate kleben muss, um für einen bestimmten politischen Inhalt einzutreten. Genau. Das meinst du mit Projekt? Das finde ich mit Projekt. Es gibt halt ein Projekt, an dem man sich beteiligt wird, das man vielleicht interessiert. Und das eine Projekt, da bin ich vielleicht auf Linie mit der CDU, bei dem anderen Projekt bin ich vielleicht eher bei den Linken, bei dem Dritten, was mich interessiert, bin ich bei der SPD. Und ich fände es halt nett, wenn man sich da mit einklinken könnte, mitmachen könnte, weil häufig die Klage ja auch ist, wieso soll ich in eine Partei eintreten? Ich finde 50 Prozent der Sachen, die die vertreten, doof. 40 Prozent interessieren mich, 10 Prozent sind mir egal. Warum soll ich, wie soll ich bei so einer Partei mitmachen? Und ich finde eine Antwort darauf wäre, dass man sich halt projektorientiert an sowas mitmachen kann. Und da finde ich halt so eine Sammlungsbewegung durchaus eine richtige Idee. Aber wie kriegt die denn diese Sammlungsbewegung dann quasi ihre PS auf die Straße? Also Politik ist ja schon auch immer die Frage, wie finde ich Mehrheiten und wie bringe ich dann oder wie setze ich dann meine Positionen um, meine Konzepte um oder wie entwickle ich die Konzepte? Bis das halt Leute mitmachen, die ja in den anderen Parteien sind und dann die Inhalte in diese anderen Parteien rüber transportieren. Ja, ich glaube nur so funktioniert es. Das heißt also, wenn man das so konstruiert, dann ist es ja in der Tat auch keine Konkurrenz zu anderen Parteien, sondern ganz im Gegenteil. Dann sind ja andere Parteien mit ihrem spezifischen politischen Einfluss quasi einkalkuliert auch bei dieser Aufstehenbewegung. Als notwendiger Bestandteil, wenn sie irgendwas erreichen will. Kritik ist natürlich jetzt so ein bisschen der Verdacht, den ich auch bei Sarah Wagenknecht habe speziell, ist, dass es halt für sie so ein ganz gutes PR-Vehikel ist. Sie hat sich halt mit ihrer Parteivorsitzenden auch gut gezofft und es gibt da sehr, sehr viele Differenzen auch in der Partei. Und mir scheint das jetzt auch so ein Projekt sein zu können, wo sie sich alle Türen offen hält. Sie gründet keine neue Partei, noch nicht. Sie macht erst mal ihre Sammlungsbewegung, die sie dann aber durchaus bei Gelegenheit zumindest als Drohung immer anführen kann. Innerparteilich, wenn es da Ärger gibt. Wenn man sie kaltstellen will, haben sie immer in der Hinterhand da ihre Sammlungsbewegung, die sie ja morgen zu so einer linken Konkurrenz für die Linke machen könnte. Wobei man ja sagen muss, die Linke war ja schon mal eine linke Konkurrenz zur SPD. Also irgendwann ist es auch mal gut mit dem Konkurrenzmachen. Das ist übrigens Stichwort Kritik, die zentrale Kritik von Alan Posner, ein Journalist, der viel mit der Welt zusammenarbeitet und den hat Deutschlandfunk Kultur interviewt. Und Alan Posner hat dort gesagt, es gibt schon eine linke Sammlungsbewegung und ihr Name ist SPD. Und die SPD sei die Partei, die alle Linken von der linken Mitte bis hart am Rand des Linksaußen umfassen sollte und auch jedenfalls umfasst hat, mal bis zur Studentenbewegung. Das ist natürlich auch schon ein paar Tage her und dann sagt Posner, die Linkspartei sei der Grund, warum diese linke Sammlungsbewegung seit dem Ende der rot-grünen Koalition keine Mehrheiten mehr gewinnen könnte. Das ist natürlich, also ich glaube nicht, dass Posner SPD Mitglied ist, das steht jedenfalls nicht in diesem Text, aber das ist natürlich so die klassische Kritik der SPD an der Linken. Gäbe es euch nicht, wärt ihr nicht damals quasi, hättet ihr euch nicht abgespalten, hätten wir jetzt noch eine Mehrheit. Und das bringt Posner so ein bisschen auf die etwas knackige Formel, wir haben nur deswegen Angela Merkel als Kanzlerin, weil die Linke gespalten ist. Die Linke jetzt also quasi als politische Richtung, nicht als Partei. Da ist vielleicht das eine oder andere dran, aber die Frage ist, wird das jetzt besser, wenn man quasi die nächste Sammlungsbewegung aufmacht? Jedenfalls nicht, wenn man die zu einer weiteren Partei aufmacht. Ich war schon mal bei so einer anderen Sammlungsbewegung, die hat ja Varoufakis ins Leben gerufen, dieser griechische Motorradfahrer. Warst du Mitglied oder warst du als Reporter da? Nee, ich war da und habe das beobachtet in der Volksbühne, da wollte er dann so eine europaweite, ich sage mal KPD, aber das war es nicht, sondern die hieß irgendwie anders. Aber das war auch so eine linke Sammlungsbewegung mit einer ähnlichen Idee, davon habe ich nie wieder was gehört und ich glaube nicht, dass sie auch noch existiert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Gegenbeispiele, denken wir an En Marche, die Bewegung in Frankreich, die ja immerhin dazu geführt hat, dass es in Frankreich jetzt einen neuen Präsidenten gibt, der ja mal Sozialist war und jetzt der Boss ist von En Marche. Ja genau, aber das war jemand, da stand jemand an der Spitze, der sich wirklich dazu committed hat, der war wirklich, der hat da nichts anderes mehr gemacht, sondern der hat gesagt, ich mache En Marche und dann jetzt geht es los und alle hinterher und Sarah Wagenknecht, ja, ich glaube das ist so ein bisschen das Kernproblem, dass sie nicht wirklich sagt, ich trete aus der Linken aus, ich mache jetzt das, das hätte einen anderen Wumms. Trotzdem finde ich ehrlich gesagt diesen Gedanken schon spannend mal zu schauen, ob es nicht gelingen kann quasi als Parallelkonstruktion zu bestehenden etwa drei linken Parteien in Deutschland diese eher themenorientierte Bewegung aufzubauen, leider muss man natürlich sagen, ist die Person Sarah Wagenknecht so kontrovers, dass ich also weit überwiegend extrem kritische Reaktionen gelesen habe, also ich fürchte so ein bisschen, die Idee kann möglicherweise sogar gut sein, gerade eben in den Parteien für linke Positionen zu werben, also denken wir daran, wie zerstritten die SPD, ist, also ich sage mal wirklich, Umverteilungspositionen haben ja da auch keine Mehrheit mehr, Klammer auf, sonst hätte es vermutlich keinen Koalitionsvertrag mit der Union gegeben, Klammer zu, und insofern finde ich diesen Grundgedanken ganz gut, aber ich habe den Eindruck, dass die Person Sarah Wagenknecht im Grunde schon vor dem Start den letzten Nagel in den Sarg dieses Projekts nagelt. Indem sie was macht? Indem sie halt einfach 99 Prozent der Menschen, die sich bei den Linken, bei den Grünen und in der SPD engagieren, von vornherein irgendwie abschreckt. Durch ihre Aussagen zu Flüchtlingen. Einfach dadurch, dass sie Sarah Wagenknecht ist und natürlich hat das auch einen politischen Hintergrund, dass sie eben, das wiederum ist die Kritik zum Beispiel aus dem Neuen Deutschland an diesen neuen Sammlungsbewegungen, dass sie sich eben nicht klar abgrenzt zu Positionen, die viele als, sagen wir mal, jedenfalls rechts problematisch empfinden. Jetzt mal ein Zitat aus dem Neuen Deutschland, da wird, da ist die Internetseite von aufstehen.de, da wird gegen eine allgemeine Moral einer grenzenlosen Willkommenskultur polemisiert, das klingt ja wirklich eher nach AfD als nach Linke, und dagegen sich von kriminellen Schlepperbanden vorschreiben zu lassen, welche Menschen auf illegalen Wegen nach Europa gelangen. Und da schreibt das Neue Deutschland, sammeln für eine linke Mehrheit? So wird das nichts. Wir sind gespannt, halten da mal ein Auge drauf. Wir haben noch ein anderes Thema, was so ein bisschen als, sagt man so, Sommerloch-Thema desavouiert wurde. Aber wir glauben, das ist auf jeden Fall eine spannende Debatte. Ja, und zwar ist das eine Äußerung von AKK. Annegret Kramp-Karrenbauer. Nur kurz AKK genannt in CDU-Kreisen, die ist die Generalsekretärin der Unions, quasi die zweite Frau hinter Angela Merkel. Und die hat einen interessanten Vorschlag gemacht, wie wir finden, und tatsächlich wohl auch ein paar andere, also es ging doch durch die Blätter und durch die Medien, nämlich sie hat so eine Art Dienstpflicht angeregt. Also, wir haben ja, der Vorschlag ist schwammig, also sie hat das wenig konkretisiert und auch gesagt, ja, in den nächsten Jahren müssen wir da mal drüber reden und so. Es wirkt so ein bisschen wie ein Testballon, oder? Als wenn sie einfach mal so ein kleines Thema gesetzt hat, bloß nicht zu viel präzise Details nennen, an denen sich dann wiederum Leute irgendwie abreiben können oder aufhängen können, sondern, oder nee, an denen sich Leute reiben können, heißt das, ne? Aufhängen können sie sich auch, aber das machen die wenigsten freiwillig. Kritik entzünden könnte, ne? Sie macht einen Vorschlag, der im Prinzip vor allem aus diesem Schlagwort Dienstpflicht besteht, zwölf Monate soll sie dauern, man weiß aber zum Beispiel noch nicht mal, ob diese Dienstpflicht für Männer und Frauen gelten soll. Kann nicht anders sein. Kann eigentlich nicht anders sein, aber gut. Also, aber trotzdem, ein klassisches Sommerloch-Thema ist das eigentlich nicht, denken wir, denn zunächst mal ist natürlich AKK nicht irgendwer. Sie gilt als eine ganz enge Vertraute von Angela Merkel, wurde von Angela Merkel zuletzt eben als CDU-Generalsekretärin quasi installiert und nicht wenige halten sie so ein bisschen für die Kronprinzessin, weil ja klar ist, Angela Merkel will jetzt keine weitere Legislaturperiode Kanzlerin bleiben. Das heißt also, wenn irgendwann mal wieder gewählt wird, stellt sich die Frage, wer soll denn eigentlich Angela Merkel nachfolgen und da hat Frau Kramp-Karrenbauer jedenfalls keine ganz schlechten Karte. Genau, also sie sagt, sie hätte das jetzt nicht mit der Kanzlerin abgesprochen, diesen Vorschlag, aber sie hätte es ihr schon durchaus mal erläutert und das Medienecho ist ja relativ groß und die, sag mal so, die Hoffnung, die sich damit verbindet, also was versteht man eigentlich unter Dienstpflicht, also sag mal unter diesem Namen. Das bedeutet zwölf Monate, dass jeder Bürger, Bürgerin, würde ich mal denken, im Laufe seines Lebens, wahrscheinlich vor dem Ablauf des x-ten Lebensjahres, ein Jahr lang einen Dienst verrichten muss. Dienst für die Allgemeinheit. Für die Allgemeinheit, genau. Das kann irgendwas Ökologisches, Soziales, Denkmalschutz, keine Ahnung, im Pflegebereich, Umweltschutz, wie auch immer sein. Wobei sie auch das nicht gesagt hat. Hat sie nicht gesagt, aber das ist so das, was da so mitschwingt. Ja genau, das ist das Interessante, finde ich, ich bin ehrlich gesagt ganz begeistert von diesem, quasi von der politischen Technik, die sie anwendet. Ich finde, dass je länger ich drüber nachdenke, desto smarter finde ich das, weil sie eben wirklich im Grunde nur diesen Assoziationsraum eröffnet hat. Der ja auch nicht ganz neu ist, diese Idee der Dienstpflicht ist ja ganz neu. Nein, aber sie macht das so geschickt, sie wirft das eben gerade in dieser klassischen saure Gurkenzeit. Keine Themen, alle suchen, die Zeitungen müssen gefüllt werden, die Nachrichtenmagazine müssen gefüllt werden. Da bringt sie mal diesen Begriff und alle können jetzt im Grunde frei assoziieren zum Schlagwort Dienstpflicht. Was denken wir uns denn? Und wie du sagst Philipp, das ist nun als Idee wirklich so überhaupt gar nicht neu. Also vor allem hatten wir natürlich in der Bundesrepublik relativ bald schon nach der Gründung des westdeutschen Teilstaates wieder eine Wehrpflicht. Die ist jetzt seit sieben Jahren ausgesetzt, aber nie abgeschafft worden. Jetzt macht die Bundesregierung natürlich gleich klar, die Wehrpflicht wird nicht wieder eingeführt. Aber da gibt es also natürlich völlig klar ein Beispiel und die Wehrpflicht hat ja auch immer so einen quasi einen Zwilling, nämlich den Zivildienst. Das heißt also Wehrpflicht und Zivildienst galten über den Daumen gepeilt 40 Jahre, nee so viel länger, über 50 Jahre. Und viele Menschen haben damit interessante Erfahrungen gemacht, nicht zuletzt wir beiden Philipp. Genau, wir beide sind ein gutes Beispiel, weshalb wir so mit dieser Idee einer Dienstpflicht durchaus auch sympathisieren. Das war zwar Zwang und das war auch doof auf eine Art, dass man das machen musste, aber wenn man sich ein bisschen reingehängt hat und sich was Gutes gesucht hat, dann war das durchaus, sagen wir mal, eine Lehre fürs Leben. Was hast du gemacht? Also ich war bei, ich habe ISB gemacht, in wieder Schwerstbehindertenbetreuung. Also ich habe so einen Menschen, Jörg, der im Rollstuhl sitzt, glaube ich immer noch und sich halt mehr oder weniger nicht bewegen konnte, konnte halt sprechen, aber sich überhaupt nicht bewegen konnte. Den habe ich halt immer gepflegt eine Woche lang, also so 24-7 und dann hatte ich eine Woche oder eineinhalb Wochen sogar frei, weil das halt so rund um die Uhr war. Das heißt, ihr hättet im Grunde so eine Art WG-Profi gesagt. Genau, damals habe ich die Regeln von American Football gelernt zum Beispiel, weil der war so ein Nerd und American Football und seitdem kenne ich das. Aber das ist natürlich ein bisschen flapsig, aber diese Erfahrung halt über ein Jahr mit so Menschen zusammenzuleben und ihm dazu helfen, wo es halt nötig ist und auch so ein bisschen die Welt durch seine Augen zu sehen und so, das war eine absolute Lehre fürs Leben. Also so Umgang, ja, mit Menschen, die halt irgendwie mit Einschränkungen leben müssen oder so, da habe ich ein völlig anderes Weltbild bekommen. Das war mir eine Riesenbereicherung für mein ganzes Leben, glaube ich. Das hat man aber auch gemerkt, wir haben ja vor inzwischen auch schon langer Zeit mal Rauh Krauthausen interviewt, weil er damals unglücklich war mit einem bestimmten Gesetzgebungsvorhaben. Also so ein Aktivist, der im Rollstuhl sitzt. Genau, der ist ein Aktivist für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen und der war irgendwie sehr unglücklich über ein Gesetzesvorhaben, das damals aktuell war. Und da hat man das auch gemerkt, dass du in diesem Gespräch mit diesem Interviewpartner das einfach irgendwie sehr gut offenbar nachempfinden konntest. Und was hast du gemacht? Ich war Rettungssanitäter. Ich war beim Roten Kreuz Rettungsdienst im Landkreis Osnabrück und habe also Krankenkampf. Richtig Ausbildung auch gemacht. Ja, ja. Das war richtig, da war der Ziel wieder in deiner Ausbildung. Ja, also ich hätte hinterher wieder arbeiten können. Also ich habe, genau, das war eine mehrmonatige Ausbildung, einen Monat Schule in Goslar und dann Praktika und so weiter. Und was außer deinem Ausbildungszertifikat und der Möglichkeit als Rettungssanitäter zu arbeiten, hast du da noch mitgenommen? Also ich fände das genau, wie du sagst, Philipp, eine unglaublich bereichernde Zeit. Also ich denke bis heute da regelmäßig dran zurück und habe gerade auch nochmal darüber nachgedacht, als wir die Sendung vorbereitet haben, dass ich einfach sehr, sehr regelmäßig davon berichte, von irgendwelchen Begebenheiten in dieser Zeit. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr gut, einfach bis heute im Prinzip zu wissen, wie man in einer Notfallsituation erste Hilfe leistet. Das vergisst du halt nie wieder, wenn du irgendwie da nachts aus dem Bett geschmissen wirst, irgendwo hinrast, um dann, keine Ahnung, jemanden mit Herzinfarkt zu reanimieren oder so. Das sinkt dir so tief ein, das vergisst du halt nie wieder. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich, oder waren es natürlich auch oft traumatische Erfahrungen irgendwie, wenn sich irgendein Motorradfahrer zerlegt hat und du den mehr oder weniger dann von der Straße fegen musst. Das ist natürlich nicht so schön. Oder wenn Leute von Dächern fallen, also es gibt also schon, gerade so Unfallgeschehen können halt auch schon hart sein. Aber was ich durchaus, und deswegen finde ich diese Idee eines Dienstes durchaus, sagen wir mal, charmant ist, ich und ich glaube auch für dich, wir beide haben Einblick in Welten bekommen, zu denen wir bisher keinen Zugang hatten. Ja, ich fand es toll. Wir fänden es wirklich großartig. Und diese Idee, gerade auch in einer Gesellschaft, wo wir alle darüber uns beklagen, dass sie immer mehr polarisiert wird, dass es immer mehr so eine Individualisierung gibt, dass es eine Ökonomisierung gibt, dass es nur noch um Geld geht, dass jeder für sich mehr oder weniger dasteht. Ego-Trips und so. Und dann geht dann alles und dann läuft irgendwie alles, sondern klar zu machen, dieses Gemeinwesen, in dem wir leben, das bestimmen wir zu ganzen großen Teilen selber mit, wie die Atmosphäre ist, wie wir miteinander umgehen und auch den Zusammenhalt, dass es funktioniert, hängt ganz wesentlich davon ab, wie wir uns verhalten und wie wir uns reinklemmen. Und dieses Gefühl, den Leuten einmal zu geben und zu vermitteln, so ist es bei mir gelaufen, so ist es bei vielen anderen gelaufen, ist durchaus etwas, wo ich finde, da kann man die Freiheit einschränken, weil das ist ja die zentrale Frage. Ja, also da muss man natürlich, das finde ich in der Tat eine zentrale Frage, da wollen wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, bevor wir aber uns die Frage stellen, glaube ich, muss man darauf hinweisen, dass es ja auch heute schon ganz mannigfaltige Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Es gibt ganz viele freiwillige Dienste auch heute schon, es gibt das freiwillige Sozialjahr, es gibt das freiwillige Ökologischejahr, es gibt vor allem den sogenannten Bundesfreiwilligendienst, ja, wo dann die Menschen nicht mehr Zivis heißen, sondern Bufdis. Das heißt, und da gibt es jetzt gerade aktuell seit 2015 noch einen Spezial-Bufti für Jobs mit Flüchtlingsbezug, da gab es irgendwie seit 2015 10.000 Extraplätze, wobei von denen nur 5.000 besetzt sind. Was hat es denn eigentlich mit diesen ganzen Diensten aus? Also diesen ganzen Diensten, wir haben das ja auch mal ein bisschen ausgebreitet, weil ich das immer wieder, wenn ich das Leuten erzähle, eben feststelle, dass sie denken, ach, das wussten wir gar nicht, gibt es das? Und diese Dienste sind im Prinzip, das Prinzip ist, man sucht sich als Ehrenamtler eine Stelle, die gibt es, da gibt es viele, viele Möglichkeiten in Umweltvereinen, bei Katastrophenschutz, bei sozialen Einrichtungen, im Krankenhaus, überall, da gibt es viele, viele tausend Stellen, wo man sagen kann, okay, da betätige ich mich ehrenamtlich meistens so ein Jahr, 6 bis 18 Monate, je nach Dienst ist das so. Und das muss nicht gemeinnützig sein, die Organisation, sondern gemeinwohlorientiert, ja, die haben dann solche Stellen, wo man sich bewerben kann und das Prinzip ist immer gleich, man kriegt ein Taschengeld, man kriegt die Wohnung, man kriegt Wohnung bezahlt oder beziehungsweise gestellt, man kriegt Verpflegung bezahlt beziehungsweise gestellt und auch Kleidung, wenn man die braucht und dieses Taschengeld, das schwankt so ein bisschen, aber das geht bis 390 Euro im Monat. Also reich wird man nicht davon, es ist schon ein Ehrenamtler, und meistens ist es ein bisschen weniger, 350 oder sowas, und man ist sozialversichert, also der Arbeitgeber sozusagen, der muss einem die ganzen Rentenversicherung, Sozialversicherung etc. sowas bezahlen, also das ist wie, man ist quasi wie so ein Ausbildungsstatus hat man da, und dann macht man das. Und das Besondere am Bundesfreiwilligendienst ist, dieses ganze freiwillige ökologische Jahr und soziale Jahr und so, das ist für bis 27, also muss unter 27 sein, aber Bundesfreiwilligendienst ist über 27, also da können sich auch Leute mit, die 40, 50, 60 Jahre alt sind, sagen, ach, ich mach das mal, ein Jahr lang, klinke ich mich da mal ein, ich kriege ein Taschengeld, und naja, besagtes Geld, das ist jetzt nicht viel, aber das mach ich mal, und dann kann ich mich strukturiert in so ein Unternehmen, Verein, keine Ahnung, einklinken, und was machen. Und das finde ich eigentlich eine hübsche Sache, das Problem ist jetzt, es gibt aktuell ungefähr 40.000, 39 Buftis, die das machen, plus die ein paar tausend, die dann noch diese freiwilligen soziale und ökologische Jahr machen, das Problem ist, der Lohn ist natürlich nicht groß, viele klagen darüber, dass es die Fahrtkosten nicht bezahlt werden, wenn du irgendwo hinfahren willst, ist dein ganzes Taschengeld, was du da kriegst, ein bisschen schnell aufgebraucht, ja, es gibt so Versuche, den Bufti ein bisschen attraktiver zu machen, dass es so eine Art Bufti digital gibt, also wo junge Leute, die halt so digitale Fähigkeiten haben, beispielsweise in Altenheime gehen können, und da irgendwie, keine Ahnung, Altenheim TV oder sowas machen können mit den Leuten, keine Ahnung, also irgendwie ihre digitalen Fähigkeiten zu vermitteln, das kannst du auf freiwilliger Basis im Rahmen des Buftis eben machen, da versuchen die das so ein bisschen aufzubohren, aber ich denke, bevor man, also, bevor man sowas verpflichtend macht, finde ich, müsste man das erstmal vereinheitlichen. Genau, weil das Argument ja immer so ein bisschen ist, freiwillig machen das ja nicht genügend, und klar, das stimmt auch rein statistisch auf den allerersten Blick, also wir haben 40.000 Buftis und es gab früher circa 130.000 Zivis, also über den Daumen gepeilt drei- bis viermal so viele, im letzten Jahr 2010, bevor der Zivildienst mit zusammen mit der Wehrpflicht abgeschafft wurde, immerhin noch 78.000, also doppelt so viele, das heißt also, das waren schon noch deutlich mehr. Und ganz offensichtlich ist es mit dem, mit dem Bufti noch nicht so wahnsinnig attraktiv, aber ganz ehrlich, bin ich bei dir, Philipp, bevor man da jetzt die Daumenschrauben ansetzt, könnte man sich ja mal überlegen, wie macht man das attraktiver, du hast schon ein paar Beispiele genannt, was man da machen kann, und dann ist es natürlich auch einfach so, dass diese Landschaft der freiwilligen Dienste einfach bislang so wahnsinnig unübersichtlich ist, ne, es gibt ohne Ende Dienste, ein paar haben wir eben schon genannt, Philipp, und du hast ja noch ein paar weitere recherchiert neben dem Bufti, den es sonst noch so gibt. Ja genau, es gibt einen anderen Dienst im Ausland, es gibt Weltwärts, so einen Freiwilligendienst vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, es gibt den europäischen Freiwilligendienst, das freiwillige, logische haben wir gesagt, das freiwillige Jahr in der Denkmalpflege, das wusste ich auch nicht. Dann eben Bufti, klar. Bufti, kulturweit, das ist, kulturweit ist so ein Freiwilligendienst vom Auswärtigen Amt, also da gibt es, und das dann noch das berufsvorbereitende soziale Jahr für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen, also da gibt es wirklich eine Menge, die finde ich, müsste man vereinheitlichen, man müsste die Jobs auch besser und attraktiver machen, weil ein Drittel der aktuellen Buftis bricht ab. Das heißt, die fangen an? Das sind dann irgendwie 300.000 bisher, insgesamt in dieser ganzen Zeit, seit 2011, sind es 300.000 Leute, die das angefangen haben und 100.000 haben es abgebrochen, die haben halt vorher aufgehört. Kann damit zu tun haben, dass sie eine Lehrstelle gefunden haben oder irgendwie einen Studienplatz oder so, aber viele klagen eben auch darüber, dass die Stellen nicht attraktiv sind, dass sie da unterfordert sind, dass sie da abhängen, dass es zu unstrukturiert ist, dass sie von Hühner hot geschickt werden und nicht richtig befriedigende Arbeit machen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist so eigentlich ziemlich unverständlich, denn der Bufti ist ja eingeführt worden damals, ups, da ist eine Mücke, die muss ich aber erst mal erlegen. Ja, die haben mich auch schon dreimal gestreist. Der Bufti ist ja eigentlich damals geschaffen worden als Reaktion auch auf die Abschaffung des Zivis, das heißt, man hätte ja eigentlich das gleich mal so ausstatten können, so organisieren können wie den Zivi, denn der war ja relativ attraktiv. Ja, es sind auch alle Stellen, die damals Zivistellen hatten, als Bufti-Stellen anerkannt worden, aber trotzdem war der Zivi ja auch Mist, weil das waren ja quasi fünf Euro am Tag Arbeitskräfte für ganz viele Krankenhäuser. Ja klar, also bezahlt war das richtig schlecht, aber ich zum Beispiel habe mich damals freiwillig gemeldet, also mich hatten sie irgendwie vergessen bei der Musterung, ich war nicht gemustert worden und da habe ich zwei Semester studiert, direkt nach dem Abi und hatte dann irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock auf Lernen und ich dachte, jetzt machst du mal ein Jahr, was sinnvolles. Ich habe da beim Kreiswehrersatzamt angerufen und gesagt, liebe Leute, ich würde gerne mal gemustert werden und dann hörte man auf der anderen Seite irgendwie so einen Hörer auf die Tischplatte knallen und es war minutenlang, nein, ein paar Sekunden schweigen in der Leitung, bis sich der Kollege da gefangen hat und meinte, was wollen Sie? Ja, kommen Sie morgen vorbei. Gab es wahrscheinlich auch nicht so viele, ne? Also der hat mich hinterher noch nie erlebt, nee, kommt irgendwie sonst nicht vor. Aber ich wollte damit nur andeuten, ich wollte damals unbedingt Zivi werden, ich hatte so ein paar Freunde, die waren schon Rettungssanitäter und ich habe mich richtig darauf gefreut und das haben viele gerne gemacht. Die Stellen waren total begehrt, da eben beim Roten Kreuz. Insofern, ich glaube, da kann man eine Menge machen, auch das ist ja quasi unsere Pointe, die wir da machen wollen, da kann man eine Menge machen bei diesen freiwilligen Diensten, auch ohne, dass man gesetzlichen Zwang hat. Ja, genau, das ist auch ein bisschen der Appell, Leute, wenn ihr darauf Bock habt. Ich habe mit so vielen gesprochen, die haben das gemacht und die haben das als enormen Horizont erweitern erlebt. Die waren dann irgendwie in Israel und haben irgendwie Fußballteams mit Palästinensern und Israelis gecoacht und so ein Jahr lang als 24-Jähriger oder so. Das vergisst du dein ganzes Leben nicht, was du da lernst. Und man kann sich eben diese Stellen auch suchen. Also man muss ja nicht irgendwo hingehen und sagen, gib mir mal eine Stelle, sondern du gehst halt irgendwo hin und informierst dich ein bisschen und da findet sich irgendeine Vogelbeobachtungsstation im Wattenmeer, wenn dich das interessiert, wo du dann irgendwie ein Jahr lang Vogel beobachten kannst. Also da findet sich für viele Geschmäcker, findet sich da was auch weltweit. Aber jetzt ist ja die Frage, soll das verpflichtend sein? Und da gibt es ja zwei Probleme, die man erstmal so sieht. Ist das eine, geht das überhaupt? Geht das gesetzlich überhaupt? Das ist total interessant, denn man kann ja eben in Deutschland nur Gesetze erlassen im Rahmen unseres Grundgesetzes. Weil das ist ja doch ein Einschnitt. Also wenn du Leute verpflichtest, jeden Bürger, Bürgerinnen verpflichtest, zu sagen, hier ein Jahr deiner Zeit, kommt wieder. Ja, genau, da muss man Geduld haben. Das kann man von Katzen lernen. Ein Jahr deiner Zeit musst du jetzt hier verpflichtend irgendeinen Job machen. Das ist ja schon ein großer Einstieg, eine persönliche Freiheit. Genau, und das müsste also, denke ich mal, auf gesetzlicher Grundlage natürlich passieren, wenn man das denn tatsächlich verpflichtend einführen wollte. Das heißt also, ein solches Gesetz wiederum müsste dann mit dem Grundgesetz im Einklang stehen. Und wenn man da mal so ein bisschen genauer hinschaut, ist das gar nicht so einfach. Das Grundgesetz regelt solche Dienste in Artikel 12 und sagt ganz klar, also Zwangsarbeit geht nur bei Haft, also quasi im Rahmen einer gerichtlichen Verurteilung. Aber das ist ja auch hier eigentlich nicht die Frage. Aber auch für andere Dienstpflichten gibt es relativ straffe Regelungen. Artikel 12 Absatz 2 des Grundgesetzes sagt nämlich, niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Ja, das klingt ja erstmal so, als würde da so Vogelstation aufbauen, im Altenheim arbeiten, Denkmalpflege. Könnte man sagen, Dienstleistungspflicht, wenn sie allgemein ist, für alle gilt und so und gleichmäßig, könnte erstmal funktionieren. Problematisch wird es bei diesem klitzekleinen Wörtchen herkömmlich. Und da hat nämlich Wolfgang Janisch mal so ein bisschen nachrecherchiert und das fand ich sehr lesenswert von der Süddeutschen Zeitung. Wolfgang Janisch ist der rechtspolitische Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Karlsruhe. Und Wolfgang Janisch hat sich das mal ein bisschen genauer angeguckt. Der hat sich nämlich die Frage gestellt, was soll denn dieses herkömmlich heißen? Das ist ja ein Wort, das man in diesem täglichen Gebrauch eigentlich gar nicht mehr verwendet, wenn dann vielleicht bei Produkten oder so. Und er hat dann also mal so ein bisschen reingeschaut in die Materialien, also quasi die begleitenden Texte zum Grundgesetz. Was hatten sich so die Menschen, die das Grundgesetz damals geschrieben haben, 1948, 1949, was haben sie sich dabei gedacht? Und Janisch sagt, die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten eigentlich Arbeitspflichten verbieten. Man hatte damals natürlich vor Augen Zwangsarbeit bei den Nazis, man hatte vor Augen, dass in der Sowjetunion Menschen Zwangsarbeit leisten mussten. Deswegen eigentlich war die Idee, wir verbieten das einfach komplett. Das Problem ist nur, es gab damals schon traditionelle Dienstpflichten. Also zum Beispiel in manchen Ländern musste man bei der Feuerwehr ein bisschen Dienst leisten. Es gab auch die sogenannten Hand- und Spanndienste, also wo zum Beispiel Bauern, die ja eben über Feldgeräte und Pferde und Wagen und sowas verfügten, gelegentlich herangezogen werden konnten. Zum Beispiel zum Straßenbau und so. Und diese ganzen traditionellen Dienstpflichten, die sollten jetzt nicht mit einmal mit Inkrafttreten des Grundgesetzes rechtswidrig werden. Aber dann gilt herkömmlich für die Perspektive von damals. Ganz genau. Das ist das Problem. Also dieses Wort herkömmlich meint, wenn man so ein bisschen in die Quellen, in die Materialien zum Grundgesetz guckt, meint die Dienstpflichten, die es damals schon gab. Also die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten gerade verhindern, dass es neue Arbeitspflichten, Dienstpflichten, Zwangsarbeitspflichten geben kann. Es sollte eben nur diejenigen geben, die es damals schon gab. Deswegen dieses Wörtchen herkömmlich. Also müsste man das Grundgesetz ändern? Das ist die Quintessenz des Ganzen. Man müsste wohl, wenn diese Recherche von Wolfgang Jane stimmt, aber ich halte den für einen ausgesprochen, akribischen Journalisten und also ich denke, das wird so sein, wenn er das schreibt, dann müsste man wohl das Grundgesetz ändern, weil eben dieses Wörtchen herkömmlich natürlich keine allgemeine Dienstpflicht in diesem Sinne umfasst, wie es heute eben der Bufli zum Beispiel ist. Okay, gehen wir mal davon aus, die ändern das Grundgesetz mit einer Zweidrittelmehrheit. Wer das denn gerechtfertigt? Also das ist ja ein erheblicher Eingriff in unsere persönliche Freiheit. Man verliert ein Jahr seines Lebens. Man verliert, also wenn du so willst, kannst du sagen, es wird mir sozusagen vom Staat genommen. Ist das denn gerechtfertigt? Also es muss ja sozusagen verhältnismäßig sein. Du kannst ja nicht in die Freiheiten einfach und die Rechte eingreifen und wegen irgendeiner Lappalie so ein Jahr dir nehmen, wenn du so willst. Genau, was ist das Allgemeinwohlziel quasi? Das Gemeinwohlziel, das möglicherweise gerechtfertigen könnte, einen solchen Eingriff vorzunehmen und wir haben da mal so ein bisschen überlegt, was hat man denn da historisch herangezogen? Natürlich für die Wehrpflicht, die Verteidigung der Bundesrepublik, die Gefahr aus dem Osten. Das war damals die Zeit der Ost-West-Konfrontation. Da hatte man Angst, dass die Rote Armee irgendwie die deutsche Grenze überschreitet, die innerdeutsche Grenze und da wollte man Deutschland, also den Weststaat quasi natürlich absichern und man wollte außerdem die Westbindung vorantreiben. Also große Güter, die das vielleicht rechtfertigen könnten, aber jetzt hat die Bundeswehr Nachwuchsprobleme, denen fehlen die Soldaten, seit die Wehrpflicht nicht mehr da ist. Sicherlich kein Grund, so eine Dienstpflicht. Nö, da muss man einfach sagen, wenn die keine Leute auf dem freien Markt gewinnen können, ist das Angebot wohl nicht attraktiv genug. Dann müssen sie Löhne erhöhen oder irgendwas anders machen. Also das alleine würde aus meiner Sicht nicht reichen für eine Dienstpflicht. Genauso dasselbe Pflegekräfteproblem. Ja, kannst du jetzt nicht eine Dienstpflicht einrichten, nur weil die Leute keine Pflegekräfte finden, da musst du halt die Arbeitsbedingungen ändern, mehr Löhne zahlen. Also jedenfalls deswegen kannst du nicht irgendwie alle Bürger in diesem Land dazu verpflichten. Aber Philipp, du hast doch trotzdem eine gewisse Sympathie dafür. Ich habe doch absolut eine Sympathie und das ist genau der Punkt, dass ich glaube, es würde dem Zusammenhalt in unserem Land sehr gut tun, wenn das alle einmal machen würden. Ich glaube, das Verständnis für dieses Gemeinwesen und das Verständnis dafür, dass wir da alle zu was beitragen müssen, das Verständnis für vielleicht auch, sagen wir mal, die Tatsache, dass es in so einer Gesellschaft durchaus unterschiedliche Gruppen gibt, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, die unterschiedlich ticken. Das wächst, glaube ich, wenn du mal deine Nase in Bereiche und Sphären dieser Gesellschaft reinsteckst, zu denen du normalerweise aufgrund deiner Herkunft, wie auch immer, keinen Zugang hättest. Das würde dem Ganzen sehr gut tun. Das denke ich vor allem so bei Menschen, die so den Eindruck vermitteln, als wüssten sie gar nicht, dass man auch Pech haben kann im Leben. Es gibt ja Menschen, die einfach wahnsinnig viel Glück haben, das ist beneidenswert, die insbesondere vielleicht wirtschaftlich besonders gut ausgestattet sind, sich nie Gedanken machen mussten, wie sie sich jetzt ein neues Auto kaufen ab dem 18. Geburtstag und so. Und die auch mit so einem Elternhaus ausgestattet sind, wo sie sich über Ausbildung keine Gedanken machen müssen, die halt immer auf gute Schulen und Universitäten und so. Läuft alles wie von selbst. Genau, wollen wir gar nicht kritisieren. Ist ja beneidenswert und freut uns ja, wenn sich Eltern engagieren und so. Nur das führt natürlich schnell zu so einem gewissen Blick auf die Welt, dass man nicht so ganz versteht, wie so andere Menschen vielleicht nicht ganz so viel geschafft haben im Leben. Das müssen keine Luschen sein, sondern möglicherweise hatten die einfach schlechte Startchance. Oder vielleicht ging es denen einfach nicht so gut. Vielleicht hat man die nicht so gefördert. Und ich glaube, dass so ein Ja in einem irgendwie sozialen Kontext da doch sehr, sehr viel Verständnis dafür wecken kann, dass es unterschiedliche Situationen im Leben gibt. Dass man eben auch Pech haben kann. Oder nicht so guten Hintergrund haben. Deswegen, also interessanterweise ist das ja noch nicht, der Drops noch nicht gelutscht. Also das scheint zwar ein wie ein Sommerlochthema zu sein, insofern als das im Sommerloch hochgepoppt ist aufgrund mangelnder Themenvielfalt. Aber sagen wir mal so, wie die Medien darüber berichten. Und es gibt ja auch tatsächlich durchaus führende CDU-Politiker, die sich durchaus sympathisierend zu diesem Thema geäußert haben. Also ich weiß jetzt nicht genau, welcher Ministerpräsident der CDU es war, aber irgendeiner hat sich dazu sehr positiv geäußert. Herr Lillmann aus der CDU-Fraktion hat sich dazu auch positiv geäußert. Also wäre vielleicht durchaus interessant, finde ich. Ich würde es begrüßen. Ich fände es toll, wenn sich daraus tatsächlich mal so etwas entwickelt, vielleicht in ein, zwei Jahren dann tatsächlich mal aufpoppt. Also ich würde da, ich würde im Grundsatz zustimmen, Philipp, aber vielleicht ein ganz kleines bisschen vorsichtig sein. Wir hatten ja oben schon gesagt, der Bufdi bietet noch eine ganze Menge Potenzial. Und ich glaube, bevor man das tatsächlich verpflichtend macht für alle, würde ich mir überlegen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, den Zugang zu diesen freiwilligen Diensten so ein bisschen zu vereinheitlichen. Diesen ganz bunten Strauß ein kleines bisschen zu vereinfachen, dass es einfach leichter ist, dass man sich vielleicht zum Beispiel bei einer Stelle zentral irgendwie bewerben kann. Oder dass die soziale Situation der Menschen in solchen Diensten einheitlicher gestaltet ist, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdient. Also ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Potenzial. Und ich würde deswegen Stand heute sagen, das ist einfach noch nicht so attraktiv, dass für mich quasi schon der Beweis geführt ist, dass es Zwang braucht an der Stelle. Aber grundsätzlich mal würde ich deine Idee unterstreichen. Und ich denke schon, das Ziel sollte sein, dass jedenfalls sehr viele Menschen in einem Jahrgang das freiwillig machen. Dass man vielleicht eine Quote von 50 Prozent und mehr erreicht, die freiwillig sagt, ich mache das. Wenn das natürlich gar nicht zu machen ist, dann vielleicht ist dann so ein Verpflichtungsdienst ja nötig. Vielleicht sollte man es erstmal freiwillig attraktiver machen und das mal probieren. Ganz ehrlich, die meisten Menschen gehen, glaube ich, schon mit größerem Engagement einer Arbeit nach, die sie sich letztlich ausgesucht haben. Wo sie sich freiwillig entschieden haben. Wäre so mein Bauchgefühl. Okay, wunderbar. Wir blicken ins Ausland, Philipp. Ja, genau. Wir hatten ja ein bisschen Feedback. Das ist ja immer so ein großer wichtiger Teil auf dieses Podcast. Ganz wichtiger Teil. Gibt es viele Hörermeldungen, Hörerinnenmeldungen in den Kommentaren bei uns im Blog, aber auch auf Twitter und E-Mail. Eigentlich nicht so gern, aber lieber als Kommentar im Blog. Ja, das stimmt. Twitter, da rutscht uns so viel durch. Wenn ihr irgendwie könnt, geht auf unsere Homepage lager-der-Nationen.org und schreibt dort einen Kommentar. Das lesen wir eigentlich ziemlich konsequent. Jedenfalls haben wir ein Feedback bekommen von unserem Plus-Abonnenten, Simon. Apropos Plus, was hat es damit auch? Genau, Plus Plus ist einfach ein Abonnement, was man sich abschließen kann für 5 Euro im Monat oder 50 im Jahr. Wo man dann die Lage werbefrei hören kann. Also häufig haben wir Werbung in der Lage der Nation, die für alle zum Download bereitsteht. Und wenn man die Werbung nicht haben möchte oder uns anderweitig unterstützen möchte, dann kann man ein Abo abschließen, was eben mindestens eine werbefreie Version zur Auslieferung bringt. Aber manchmal eben auch noch so ein bisschen, wir machen noch ein Pre-Show, unterhalten uns vor der Show, so wie wir das vorhin hier auch gemacht haben. Das ist dann alles noch mit drauf. Aber im Kern ist es halt die Werbefreiheit, die man sich erkauft. Genau, und dann gibt es noch einen besonderen Bonus für die Menschen, die uns als Plus-Abonnenten unterstützen. Und zwar AMA, Ask Me Anything. Das ist so eine Art Fragerunde. Man kann uns also eine E-Mail schicken mit einer interessanten Frage. Manchmal sind es persönliche Fragen, manchmal sind es aber auch irgendwelche quasi Wissensfragen, so zu unserem persönlichen Hintergrund. Und diese AMA, diese Fragen behandeln wir normalerweise auch quasi in dem Blog für die Plus-Abonnentinnen und Abonnenten. Aber heute haben wir uns gedacht, haben wir eine spannende Frage und die passt so schön zu dem Amerika-Teil, der gleich kommt. Und deswegen machen wir diese Frage quasi in dem öffentlichen Teil. Also Simon schreibt, ich schaue gerade die aktuelle Folge von Last Week Tonight mit John Oliver. Also so eine, sagen wir mal, komödiantisch-journalistische, sehr sehenswerte Sendung. Es geht um die Rolle der Staatsanwaltschaften in den USA. Es scheint dort so zu sein, dass die Gerichte so überlastet sind, dass Staatsanwälte häufig zu fragwürdigen Methoden greifen, um Angeklagte zu einem außergerichtlichen Schuldeingeständnis, Giltiplied, zu bewegen. Wie ist das in Deutschland? Wie wirkt sich die hohe Auslastung der Gerichte auf das Justizsystem aus? Gibt es Zahlen, wie viele Fälle überhaupt vor Gericht landen und welche schon vorab entschieden werden, also ohne Gerichtsverfahren? Ja, also die Frage ist, finde ich, total spannend. Man muss eine Sache dazu sagen, das liegt in den USA nicht daran, dass die Gerichte als solche völlig überlastet sind, die haben deutlich weniger Fälle als bei uns, sondern es ist einfach so, dass quasi die Rechtskultur in den USA so ist, dass in der Tat fast 100 Prozent der Strafverfahren mit einem solchen Deal abgeschlossen werden. Also die Quote liegt je nach Bundesstaat so bei 97, 98, 99 Prozent. Also Deal heißt, da gibt es kein Urteil am Ende, sondern die Parteien setzen sich hin und sagen… Nee, es gibt schon dann in Anführungsstrichen eine Verurteilung, aber da liegt quasi eine Verabredung zwischen Strafverfolgungsbehörde und dem Angeklagten zugrunde. Die einigen sich letztlich darauf, weswegen die Leute verurteilt werden. Also die Vollmachten, die die Staatsanwaltschaften in den USA haben, gehen deutlich weiter als bei uns. In Amerika können die zum Beispiel bestimmte Vorwürfe einfach unter den Tisch fallen lassen und auf diese Art und Weise überhaupt quasi ins Geschäft kommen. Okay, also wenn du das und das eingestehst, lassen wir das und das weg. Ja, also es gibt krasse Sachen, wie dann statt Mord wird dann eben fahrlässige Tötung angenommen. Oder Körperverletzung mit Todesfolge. Also was in Deutschland völlig unzulässig wäre, dass man sogar über die rechtliche Würdigung eines Geschehens verhandelt, das ist in den USA gang und gäbe. Und der hauptsächliche Hintergrund dafür, oder zwei hauptsächliche Hintergründe, das eine ist, dass es so schwer ist, eine gute Strafverteidigung zu finden. Es gibt zwar quasi öffentliche Strafverteidigungsbüros, sogenannte Public Defenders, aber das muss man sich so ein bisschen wie so eine Behörde vorstellen. Ja, da geht man hin und kriegt dann einen Anwalt zugeteilt, der einen so gut er irgendwie kann, verteidigt. Aber diese Public Defenders sind unfassbar überlastet. Also ein Freund von mir macht das, ich glaube, in Louisiana. Genau, in Louisiana war so ein Freund von mir aus der Law School. Ich habe ja mal in New York studiert. Und was der so berichtet, ist krass, da gibt es auch Filme darüber. Also die haben einfach überhaupt keine Zeit, sich in die Fälle einzuarbeiten. Das heißt, wenn man kein Geld hat und auf so einen Public Defender angewiesen ist, dann kann man sich im Grunde ein streitiges Strafverfahren mit Zeugenvernehmung und Plädoyers. Also kann man sich nicht leisten, weil die Public Defender dazu keine Kraft haben, keine Zeit haben und du den Anwalt nicht bezahlen kannst. Das ist eine Katastrophe. Deswegen gibt es viele Menschen, die in der Praxis keine Alternative dazu haben. Es gibt einfach dieses Institut des Pflichtverteidigers nicht. In Deutschland würde man ab einer bestimmten Strafdrohung einen Verteidiger beigeordnet bekommen und der würde dann, wenn jetzt nicht irgendwas völlig schief läuft, einen jedenfalls ordentlich verteidigen. Und das ist in den USA einfach nicht der Fall. Und da wird es dann so, dass sie halt sagen, okay, ich bin schuldig. Ja, und zwar die geben regelmäßig, wenn nicht gerade systematisch, Sachen zu, die sie nie getan haben. Weil der Deal dann halt ist, okay, also wenn sie jetzt zugeben, dass sie den umgemacht haben, dann machen wir eben Körperverletzung mit Todesfolge draus, dann 15 Jahre, sonst lebenslänglich. Viel Spaß. Und dann, wenn du weißt, du kannst dich nicht verteidigen gegen den Vorwurf, dann nimmst du halt die 15 Jahre. Selbst wenn du mit der festen Überzeugung bist, du hast gar nichts damit zu tun. So sieht es aus. Und in Deutschland? Totaler Standard in den USA, also muss man so deutlich sagen. Ich habe mich damals, als ich da studiert habe, 2013, 2014 relativ viel eben mit dieser sogenannten Incarceration Crisis beschäftigt. Also der Inhaftierungskrise und diese extrem hohe Quote der Deals ist ein Teil dieser Incarceration Crisis. Genau, und das wird auch, sagen wir mal, jedenfalls in der akademischen Welt in den USA zunehmend kritisch gesehen. Obama hat auch versucht, da so ein bisschen gegenzusteuern. Aber das dürfte natürlich jetzt unter Donald Trump so ein bisschen anders aussehen. Gut, aber die Frage war ja auch, wie sieht es bei uns aus? Und also vieles von dem, was in den USA passiert ist, wäre bei uns unzuflüssig. Also Staatsanwaltschaften dürfen nicht darüber dealen, wie man einen bestimmten Vorgang rechtlich würdigt. Was es bei uns allerdings auch gibt, sind quasi Verfahren, schriftliche Verfahren, wo es dann nicht zu einer Hauptverhandlung kommt. Das ist ein Strafbefehlsverfahren. Das heißt, da bekommt man einen Strafbefehl, den die Staatsanwaltschaft beim Gericht beantragt. Und wenn man dagegen dann keinen Einspruch einlegt, dann wird der rechtskräftig irgendwann. Und das ist dann schon dasselbe, als sei man von einem Gericht wegen eines Vorwurfs beurteilt. Da ist aber dann in aller Regel die Strafe vergleichsweise niedrig. Das sind in aller Regel Geldstrafen. Es geht auch wegen Freiheitsstrafen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Also im Prinzip, dass es gibt auch diese Verurteilung light in Deutschland, muss man sich überlegen, ob man das tatsächlich will. Wenn man schuldig ist, ist es eine gute Idee, wenn man damit die öffentliche Hauptverhandlung vermeidet. Gerade für Prominente sehr wichtig. Aber in vielen Fällen lohnt es sich trotzdem Einspruch einzulegen und einfach in die streitige Verhandlung zu gehen, weil man da doch häufig noch eine Chance hat, auch eine Einstellung zu erreichen. Dann ist man dann zum Beispiel nur eine Geldauflage zahlt. Dann vielleicht dasselbe Geld sogar, aber dann ist man eben nicht vorgeschafft. Wir hatten noch Feedback von einem anderen Hörer, Philipp, der hat sich beklagt über unseren Umgang mit Donald Trump. Also als gutes Beispiel möchte er Donald Trump wählen. Gegen diesen Mann, der der legitime Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist, haben sich offensichtlich sämtliche Medien verschworen. So schreibt Philipp. Na genau, obwohl er durch das demonstrative Ignorieren von seit Jahrzehnten etablierten Debattierclubs schon so manche tatsächlich Veränderung angestoßen hat, wird er von deutschen Medien und auch von euch eher wie jemand behandelt, der seine Schuhe nicht binden kann. Weshalb eigentlich? Ich würde sagen, weil er sich seine Schuhe nicht binden kann. Weil er sich zumindest seine Krawatte nicht binden kann. Also ich glaube, das Bild mit der Krawatte trifft es ganz gut, Philipp, weil er eben sehr viele etablierte Standards, zum Beispiel der internationalen Diplomatie oder auch der öffentlichen Kommunikation nicht einhält. Er lügt ja pathologisch. Ich glaube aber, worauf der Philipp eigentlich hinaus will, ist, wieso sich die Medien, wie er das ja letztlich schreibt, aber eben auch wir, nicht so ein bisschen mehr darauf einlassen, genauer hinzuschauen auf das, was Donald Trump tut. Das scheint mir der Vorwurf zu sein und ihn einfach nur als Idioten abzustempeln. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das so ist, wenn also Philipp diesen Eindruck gewonnen hat, dann tut mir das leid, denn das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Also wir haben sicherlich in der Wahlkampfphase auch häufig ein sehr harsches Urteil gefällt über ihn, weil ich mir einfach, muss ich offen sagen, überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man so jemanden wählt. Weil er eben spätestens nach dieser Geschichte hier grabbing by the pussy dachte ich, das war es jetzt wohl mal, aber weit gefehlt. Ich denke aber, heute versuchen wir jedenfalls ein bisschen differenzierter vorzugehen und nicht einfach nur zu sagen, Donald Trump ist ein Idiot, sondern zu begründen, warum wir bestimmte politische Entscheidungen für falsch haben. Genau, ich habe das ja auch öfter schon mal angedeutet, dass ich durchaus manchmal darüber nachdenke, ob sein durchaus unkonventionelles, manchmal demokratiefeindliches Vorgehen nicht auch irgendwie positive Effekte hat. Und mag sein, aber unterm Strich ist die Bilanz eben dann doch negativ, weil er eben, sagen wir mal, einen demokratischen Staat eigentlich führt wie so ein Privatunternehmen und er davon ausgeht, naja, ich bin hier halt der Chef und wenn mir was nicht passt, dann werfe ich die halt raus und wenn, und dazu kommen wir jetzt auch, wenn mir irgendwas nicht passt, dann wird es halt eingestellt. Es ist halt ein Antidemokrat und das ist der größere Effekt, finde ich. Warum ist er deswegen ein Antidemokrat? Ja, weil er, sagen wir mal, erstens, sagen wir mal, sowas wie Gewaltenteilung nicht wirklich akzeptiert, ja, also wenn, wenn, wenn Gerichte irgendwas entscheiden, ist regelmäßig Trump da, der sagt, der Richter ist ein Idiot. Ja, das stimmt natürlich. So, also als die Gerichte zum Beispiel seine, seine, seine strengen neuen Regeln gegen muslimische Besucher, nicht etwa Immigranten, sondern Besucher in den USA gekippt haben, hat er ja ziemlich ausgeteilt gegen die Richter, das stimmt, ja. Ja, und, und ich meine, diese Woche gab es auch zwei Tweets, über die wir, finde ich, reden sollten, zum Kontext nochmal, für die, die das nicht so jeden Tag verfolgen, über Donald Trump hängt momentan das große Schwert dieser Ermittlungen, dieses Sonderermittlers Robert Mueller, der gegen ihn ermittelt, unter anderem, weil er, weil ihm vorgeworfen wird, sich von Russland hat helfen lassen im Wahlkampf. Helfen zu lassen. Helfen zu lassen. Krass. Und, dass er die Justiz behindert hat, so, also in, in mehreren Fällen, was in Amerika ein großer Straftat ist und in diesen Tagen robbt sich also der Müller, der jetzt seit mehreren Monats schon ermittelt, immer mehr an Donald Trump ran. Ja, er hat dutzende Anklagen erhoben gegen Leute aus Trumps Umkreis und er hat ein Gerichtsverfahren, jetzt hat das erste auch gestartet gegen den ehemaligen Kampagnenmanager, also aus diesem Wahlkampfteam, dass da sehr viele Details eröffnen wird und auch schon zeröffnet hat. Und, es sind eben zahlreiche engste Mitarbeiter Kronzeugen der Anklagen geworden, also die sind sozusagen geflippt, die haben für Trump gearbeitet, waren enge Mitarbeiter in hohen Führungspositionen und haben sich aber diverser, sagen wir mal, Unregelmäßigkeiten schuldig gemacht und Straftaten schuldig gemacht wahrscheinlich und sind deshalb zu Kronzeugen der Anklage geworden und gesagt, okay, ne, ein Deal, du packst aus, dafür wirst du wahrscheinlich von uns nicht angeklagt. Oder kommst mit einer milderen Strafe vor, Strafe davon, aber du musst auspacken, alles was du über unsere Ermittlungen beziehungsweise Trump weißt. Was schon auch ehrlich gesagt schon ziemlich krass ist, genau, das ist nämlich wirklich sehr krass, dass hier auch ein Anwalt von Donald Trump mit einmal gegen seinen ehemaligen Mandanten aussagt, aus der deutschen Perspektive ein ziemlich unmöglicher Vorgang. Und jetzt gibt es also zwei Sachen, einmal dieser Vorwurf der Collusion, also der Zusammenarbeit mit Russland. Was ist das? Das ist nach US-Recht, das klingt so ein bisschen diffus, aber nach US-Recht ist das eine Straftat, wenn Wahlkämpfer die Unterstützung von ausländischen Personen oder Regierungen annehmen. Das ist eine Straftat. Und die, sagen wir mal, die Smoking Gang, der rauchende Colt in diesen Ermittlungen war bisher immer ein Treffen aus dem Juni 2016 von Trumps Sohn, Donald Trump Jr., diversen Wahlkampfmanagern, mit einer, sagen wir mal, mit einer Anwältin, die sehr, sehr enge Verbindung zum Kreml hat, Natalia Vassinietskaya, die haben sich im Juni 2016 getroffen, das ist unbestritten, dass sie sich getroffen haben. Und die Anwältin hatte dem Sohn von Donald Trump Schmutz über Hillary Clinton angeboten, in einer E-Mail. Dirt on Hillary. Dirt on Hillary. So nach dem Motto, wir liefern euch ein bisschen was, wir haben da unsere Wege, dann könnt ihr im Wahlkampf damit punkten und gegen Hillary gewinnen. Und der Sohn von Donald Trump hat dann geantwortet, oh, I like it. Muss ich mir vorstellen. I love it. I love it, ja. So, also dann, das war natürlich sozusagen der große Vorwurf, ihr kooperiert, ihr lasst euch von Russland helfen, das ist eine Straftat. Donald Trump hat das immer abgestritten, er hat gesagt, nein, es ging nicht um Dirt, es ging nur um Adoptionen und bestimmte Sanktionen und so, die da verhandelt werden. Und dann hat er gesagt, dann musste er das später korrigieren und diese Woche hat er nicht nur zugegeben, dass er sich von Russland hat helfen lassen wollen, sondern, dass er hat auch noch seinen Sohn in die Pfanne gehauen. Er hat nämlich getwittert, ja, es hat dieses Treffen gegeben, aber, und es hat dieses Treffen gegeben, um Informationen über einen politischen Gegner zu bekommen. So, also was mehr oder weniger ein Eingeständnis ist, wir wollten uns helfen lassen. Ob sie sich tatsächlich haben helfen lassen, ob sie wirklich diese Informationen bekommen haben, ist noch offen, aber sie wollten es zumindest. Und da sagen viele, das reicht aus. Das ist eigentlich das Eingeständnis einer Straftat, weshalb Donald Trump wahrscheinlich noch im selben Tweet schreibt, aber ich wusste nichts von dem Treffen. Sein Sohn trifft sich mit dieser Informantin? Sein Sohn hat das so, ne? Also nach dem Motto, mein Sohn hat vielleicht diese Straftat begonnen, aber ich wusste davon nichts. So, das war der erste Tweet. Und der zweite Tweet war, also nach dem Motto, die Collusion ist jetzt mehr oder weniger belegt. Die von Sohnemann. Die von Sohnemann. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Vorwurf der Behinderung der Justiz? Und als wäre das noch nicht ganz klar, aufgrund seiner vorigen Äußerung, hat er halt noch einen zweiten Tweet geschrieben. Und da schreibt er, this is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop the rigged witch hunt right now. Also übersetzt, das ist eine schreckliche Situation und Justizminister Jeff Sessions soll diese abgekaterte Hexenjagd jetzt bei Ende. Gemeint sind die Ermittlungen von Robert Mueller gegen ihn. Also der Präsident ruft seinen Justizminister auf. Klammer auf, der ja von ihm abhängig ist und der von ihm ernannt worden ist. Das ist ja so, diese Ermittlungen gegen Präsident Trump wegen dieser Vorwürfe zu stoppen. Und da fragt man sich, was, wenn nicht das, ist Behinderung der Justiz? Ja. Und da sagt Donald Trump, hey, ganz locker bleiben. Das war doch keine Order. Das war nur meine Meinung, die ich dann getwittert habe. Sagt das Weiße Haus in der Verteidigung. Es war jetzt kein offizieller Befehl an den Justizminister, die Ermittlungen zu beenden und einzustellen. Sondern es war nur die Meinung von Donald Trump, die er getwittert hat. So, die Frage ist, was fängst du damit an? Wie gehst du damit um? Und wahrscheinlich kommt dann morgen schon der nächste Tweet und das nächste Hurra und die nächste Sanktionen und Aufregung und alles ist wieder vergessen. Aber mal ganz ehrlich mal kurz zurück zu diesem Feedback unseres Hörers. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, darüber muss man noch reden dürfen und das muss man noch kritisieren dürfen, oder? Also das ist ja jetzt keine Frage mehr, ob man ihn jetzt für doof hält oder für unintelligent oder für jemanden, der seine Schuhe nicht binden kann. Ich denke mal, das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass man einfach ein besonders gerissener Politiker ist, sondern das sind einfach Straftaten. Da geht Straftaten ein, öffentlich und es passiert nichts. Gut, ich meine, das ist halt das besondere Privileg des US-Präsidenten, dass der eben, ist ja auch so ein bisschen umstritten, aber so ohne weiteres eben wohl wahrscheinlich nicht angeklagt werden kann, sondern dass es dafür eben dieses Spezialverfahren des Impeachments gibt. Quatsch, des Impeachments gibt, das heißt, da müsste das Repräsentantenhaus beschließen, quasi eine Art Präsidentenanklage zu erheben und der Senat hat dann so eine quasi Gerichtsfunktion, der das Verfahren führt und möglicherweise dann auch zu einem Schuldspruch kommen kann, was es ja noch nie gegeben hat. Also noch nie gegeben hat, aber das Repräsentantenhaus, da stehen ja jetzt Wahlen aus, also momentan ist das ja noch in der Hand der Republikaner, das Repräsentantenhaus, also diese eine Kammer des Kongresses. Und da stehen jetzt Wahlen an im Herbst und es sieht so aus, als könnten die Demokraten da durchaus einige Sitze gewinnen und die Mehrheit. Genau, es gab jetzt also in der vergangenen Woche Wahlen in den USA für einige wenige Sitze und die sind ganz überraschend positiv ausgegangen für die Demokraten. Sie haben zwar trotzdem verloren in bestimmten Wahlkreisen, aber so knapp und zwar in Wahlkreisen, die vorher als glasklar für die Republikaner gesetzt galten. Das heißt also, das könnte nochmal richtig spannend werden im Herbst und das hätte dann eben wiederum Folgen für eine mögliche Anklage von Donald Trump, ein Impeachment von Donald Trump. Wobei da wiederum jetzt viele Beobachter sagen, auch gerade die New York Times ist da sehr skeptisch, was sie davon halten soll, von dieser Verknüpfung Zwischenwahlen fürs Repräsentantenhaus und Impeachment-Verfahren. Weil die Befürchtung so ein bisschen ist, wenn Donald Trump quasi diese Zwischenwahlen auf die Frage reduziert, soll ich angeklagt werden oder nicht, dass das halt einfach eine enorme mobilisierende Wirkung auch auf republikanische Wähler haben könnte. Insofern, das hat alles seine zwei Seiten. Wir werden sehen. Vielleicht noch eine kurze Meldung, weil wir da auch über Auftritt gesprochen haben. Ich fand das war so ein bisschen… Stimmt, Autos, Philipp. Genau, ich habe so irgendwie mit dieser Mobilität, also ich habe ja selber kein Auto und fahre so durch die Stadt und gucke mir diese Benzinautos manchmal so an mit diesem Gefühl, wir werden da in nicht allzu langer Zeit drauf gucken wie heute auf Kutschen. Dass das so ein völlig veraltetes Fortbewegungsmittel ist, wo man sich fragen könnte, ihr fahrt mit diesen Dingern alleine durch die Stadt und fährt brennt dabei, Sachen, die ihr aus der Erde gekramt habt. Das ist sowas von antagonistisch und völlig aus der Zeit gefallen. Also momentan ist das noch der Alltag, aber ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, dass wir da aus dieser Auspuff gucken werden und denken, ihr verpestet eure ganzen Städte und das macht einen irren Lärm, so wie wir halt 1920 auf die Kutschen geguckt haben und auf die Pferdefuhrwerke, die mit den Straßen vollständigen. Da muss man natürlich immer eine Fußnote dran machen, Philipp, das haben wir ja auch schon vielfach so als Feedback bekommen, wir dürfen nicht immer nur den Blick auf die Städte werfen. Ganz ehrlich, es gibt Menschen, die eben auf dem Lande, also wir sind natürlich jetzt hier quasi im Paradies auf Erden, auf Hintensee gibt es ja quasi keine Autos, es gibt irgendwie einen Notarzt, der hier rumfährt, aber das war es dann auch. Und ich weiß nicht, die Post fährt, was ist jemand, die Post fährt die mit dem Auto hier auf Hintensee oder fährt die mit dem Fahrrad? Die Post fährt auch mit dem Auto, oh gut, wird gerade genickt. Aber jedenfalls im Prinzip ist es ja hier autofreie Zone, insofern traumhaft, aber es gibt natürlich einfach Menschen, die zum Beispiel auf dem Lande leben, wie zum Beispiel ja auch deine Mutter, die ja auch auf dem Lande lebt und da ist es schon schwierig ohne Auto. Ich sage auch nicht ohne Auto, ich sage auch nicht ohne Auto, aber wenn man denn schon Auto fährt, finde ich, sollte es elektrobetrieben sein und gerade in der Stadt, ja, ist es finde ich relativ einfach. Ja, das stimmt. Und ich würde auch behaupten, auf dem Land geht das, meine Mutter fährt, ist da auch in der Wallachai, aber wenn du ein vernünftiges Elektroauto hast, dann hat das schon seine 100, 150 Kilometer Reichweite und wenn die am Tag irgendwo hinfährt und am Abend wieder zurückfährt. Das schafft die. Das schafft die, das geht und dann stellst du das und gerade auf dem Land hat man häufig noch Platz, irgendwo sein Auto hinzustellen, um das eben selber aufzutanken, hat man einen kleinen Carport oder irgendwie einen Stellplatz, wo man den eigenen Stecker dran machen kann. Also ich finde, gerade auf dem Land ist das auch ein Argument. Jetzt ist die Frage, warum kommt es nicht voran? Klar, die Zulassungszahlen haben sich jetzt irgendwie mehr als verdoppelt. 2017 wurden 25.000 Elektroautos zugelassen, das ist mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Aber der Anteil? Aber es ist halt immer noch extrem wenig, wenn du sagst, 3,4 Millionen, Pi mal Daumen, Autos werden jedes Jahr neu zugelassen. Und das ganz Interessante, was die Bundesregierung… Also wir haben 25.000 von 3,4 Millionen. Ja, ich rechne mal schnell aus, während ich den Rest, den Set zu Ende bringe. Man fragt sich immer, okay, wer kauft eigentlich noch neue Autos? 0,7 Prozent. 0,7 Prozent, das ist nicht viel. Also von diesen 3,4 Millionen Autos, die jedes Jahr neu zugelassen werden, sind 65 Prozent Firmenwagen. Ach, zwei Drittel der Neuzulassungen sind Firmenwagen. Nur ein knappes Drittel ist privat. Krass. Und die Bundesregierung, das finde ich nämlich ganz smart, setzt an diesem Punkt an. Weil wenn du, also angenommen die Lage der Nation, unser Endeavor hier, wir finanzieren dir einen Firmenwagen. Ja, da hörte ich schon mal länger drüber. Da hörte ich schon mal länger drüber. Und wir geben dir so einen Firmenwagen, sag mal so richtig schicken, für 70.000, 80.000 Euro. Dann musst du… Na, Philipp, ich bitte dich. Dann musst du ein Prozent des Neuwerts jeden Monat versteuern. Als Geldwertenvorteil. Als Geldwertenvorteil. Also du kriegst ein Auto, weiß ich nicht, einen fetten SUV, 70.000 Euro. Dann musst du jeden Monat 700 Euro versteuern. Das ist eine Menge Holz. Das ist eine Menge Holz. So, und die Bundesregierung sagt, ach, wir halbieren das. Wir machen das, wenn wir dir für 70.000 Euro ein Elektroauto schenken oder zur Verfügung stellen als Firma für 70.000. Dann musst du nicht ein Prozent von 70.000 versteuern, sondern nur ein Prozent von 35.000. Also deine Last verringert sich. Du versteuerst nicht. Du kriegst zwar ein Auto, was 70.000 Euro wert ist, musst aber nicht 700 jeden Monat versteuern, sondern nur 350. Und ich finde, das ist attraktiv. Wenn du Angestellter bist und du sollst einen Firmenwagen kriegen und du hast die Wahl, ich kann so einen alten Benziner kriegen für 70.000, so ein fettes Ding und zahle 700 jeden Monat, die ich versteuern muss. Oder ich kriege so ein schickes Elektroauto für 70.000, wofür du ja auch schon ein okayes Elektroauto kriegst und muss nur 350 Euro versteuern. Ist das, finde ich, ein Move. Und ich habe mit einem Geschäftsführer von so einer kleinen Firma aus München gesprochen. Der meinte, super, der hat mich überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht. Der sagt, die haben das beschlossen, wir werden nur noch Elektroautos nehmen. Und so Leute wollen alle Elektroautos und jetzt ist es sozusagen der Grund da, ihnen zu sagen, ja, musst auch nur 350 Euro versteuern. Ich finde, das ist eine gute Idee und ich bin gespannt, was daraus wird. Also ich finde, das ist vor allem deswegen so interessant, weil das so eine smarte Idee ist. Man muss eben gar nicht unbedingt immer Leute zwingen, irgendwas zu tun. Man kann in einer Marktwirtschaft eben auch mit so gezielten Anreizen eine ganze Menge schaffen, eine ganze Menge Menschen in die richtige Bahn lenken, indem man sie so ganz sanft in die Richtung bringt. Weil es hat noch gewisse wirtschaftliche Vorteile. Das finde ich so charmant an dieser Idee. Theoretisch hätte man ja auch sagen können, man macht eine verpflichtende Quote oder weiß der Himmel was. Als ersten Weg finde ich es immer interessant. Soll ab nächstem Jahr 1.1.19 gelten, der Bundesrat muss aber noch zustimmen. Okay, schauen wir mal. Aber ich finde es eine super Idee. Genau. Du hast am Anfang angedeutet, dass du auch noch für so eine Vereinigung den Vorstand machst. Ja. Die Gesellschaft für Freiheit. Ja, das mache ich nicht alleine. Bei der Gesellschaft für Freiheit, ich bin nicht engagiert, aber wir haben ja einen Vorstand von drei Personen und wir haben einen sehr engagierten General Secretary und so. Aber gut, das ist jedenfalls ein Projekt, an dem ich beteilige. Genau, und euer Anliegen ist quasi Gesetze vor den Karli zu zehren, die Freiheitsrechte verletzen. Das machen wir, genau. Genau, und das habt ihr jetzt getan mit einem Gesetz? Genau, wir sind gerade dabei, das wird jetzt in diesen Tagen eingereicht, eine Verfassungsbeschwerde zu erheben gegen die Staatstrojaner. Das ist immer so ein bisschen das Schlagwort. Also vor dem Bundesverfassungsgericht? Vor dem Bundesverfassungsgericht, genau, mit einem Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe gegen die Staatstrojaner und zwar nicht generell, sondern gegen ein Gesetz, das im vergangenen Sommer in Kraft getreten ist. Ganz kurz, was ist der Staatstrojaner? Da muss ich kurz einen Satz zu Ende sagen, Philipp. Okay. Also wir wollen, wenn du dich jetzt zum dritten Mal unterbrochen hast, sonst versteht man irgendwann gar nichts mehr. Also wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte koordinieren gerade eine Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz, das im letzten Sommer in Kraft getreten ist und das die Strafprozessordnung ergänzt hat, um Rechtsgrundlagen für Staatstrojaner. Strafprozessordnung, quasi die Spielregeln, nach denen die Staatsanwaltschaften, die Polizei, die Gerichte Menschen verurteilen oder erstmal Straftaten aufklären, dann Menschen verurteilen. Und in diese Spielregeln sind Grundlagen aufgenommen worden, wonach die Polizei jetzt eben solche Staatstrojaner einsetzen darf. So, was ist denn ein Staatstrojaner? Das bedeutet im Wesentlichen, dass Polizei und Justiz Geräte, Handys, Computer von Bürgern hacken können. Das heißt also, die Polizei setzt eine bestimmte Software ein und hackt zum Beispiel dein iPhone und dann kann sie hinterher sich da reinklinken und kann dein Handy auslesen, kann gucken, was hast du dir so mit deiner Freundin für Nachrichten geschickt, was hast du so in deinem Kalender stehen, welche Kontakte hast du so in deinem Adressbuch können quasi dein Handy auslesen. Wenn das alles so klappt, wie die Polizei sich das gedacht hat, dann sogar ohne, dass du das mitkriegst. Und was ist jetzt das Neue an diesem Gesetz? Das Neue an dem Gesetz ist, also man kann erst mal vorstellen, was ich gerade beschrieben habe, ist die sogenannte Online-Durchsuchung, wo man quasi alles aus dem Gerät rausziehen kann, was da drauf ist. Dann gibt es davon noch so eine Light-Variante, wo man nicht alles erheben darf, sondern wo man nur sogenannte laufende Kommunikation eigentlich abgreifen darf, also Telefongespräche mitlauschen live oder SMS, die du gerade schickst. Und das nennt man dann Quellen-TKÜ oder Quellen-Kommunikationsüberwachung, das ist so quasi eine kleine Online-Durchsuchung. Und das Neue daran ist die Dimension, also diese Rechtsgrundlagen gab es bislang schon für das Bundeskriminalamt seit dem Jahr 2009, aber nur zur Abwehr von terroristischen Gefahren. Also das BKA durfte das machen? Ja, und darf das bis heute? Darf das bis heute, aber nur unter sehr hohen Hören, also Abwehr terroristischer Gefahren. Ja, ganz genau und hat das auch aus meiner Sicht jedenfalls sehr verantwortungsbewusst eingesetzt. Also ganz wenig Fälle? Extrem wenig Fälle, also diese Online-Durchsuchung, was ich gerade beschrieben habe, diesen Full-Take quasi, dass man alles auslesen darf, irgendwie eine einstellige Zahl innerhalb von knapp zehn Jahren, also das denke ich ist ein sehr verantwortungsbewusster Einsatz. Bei der Quellen-TKÜ ist es so ein bisschen schwammig, weiß man nicht ganz genau, aber wahrscheinlich ist es eine zweistellige Zahl. Also die durften das, haben das sehr selten gemacht, vermutlich durchaus angemessen den Rechtsgrundlagen entsprechend. Ja, und vor allem sind das ja auch Extremsituationen, wo man sagen muss, hey, da geht es wirklich um was. Also Staatstrojaner Einsatz ist aus bestimmten Gründen immer problematisch, kommen wir gleich zu, aber wenn man das macht, um tatsächlich irgendwie einen Bombenanschlag abzuwehren, der möglicherweise direkt droht, dann würde ich sagen, dann muss man das vielleicht mal hinnehmen. Und was ist jetzt durch die Strafprozessordnung? Das Problem ist, dass die Strafprozessordnung eben für die Aufklärung aller Straftaten die Grundlage ist und da geht es auch nicht mehr nur um Prävention, sondern im Gegenteil, da geht es um Repression, also nachdem die Tat schon begangen ist und diese Strafprozessordnung wird einfach viel häufiger quasi aktiviert, um bislang schon Telefone zu überwachen. Wir haben im Jahr so zwischen 30.000 und 40.000 normalen Telefonüberwachungen in Deutschland und in allen diesen Fällen soll in Zukunft auch ein Trojaner eingesetzt werden. Also die Hürden für den Einsatz dieser invasiven Technik sind extrem gesenkt. Ganz extrem, also aus 1, 2, 3, 5, 10 Fällen im Jahr sind jedenfalls nach der rechtlichen Grundlage 30.000 bis 40.000 Fälle im Jahr geworden, wobei man sagen muss, ich glaube nicht, dass es sofort so viele Fälle geben wird, weil die Behörden das gar nicht auf die Reihe kriegen. Also es erweist sich als extrem schwer, überhaupt Leute mit diesen Hacking-Technologien auszuforschen und dagegen sie zu ermitteln, aber jedenfalls was die Entscheidung des Gesetzgebers angeht, sind da alle Dämme gebrochen. Okay, also dagegen erhebt jetzt Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht? Ja, wobei man sagen muss, das Bundesverfassungsgericht hat diesen Trojaner-Einsatz eben schon relativ weitgehend gebilligt. Das heißt, wir können, wenn man ehrlich ist, nicht mehr sagen, das darf überhaupt gar nicht sein. Es gibt eine andere NGO, die hat schon Verfassungsbeschwerde erhoben, aus meiner Sicht mit dem etwas übertriebenen Ansatz, das völlig wieder verbieten zu lassen. Das wird nicht funktionieren. Also niemand rechnet damit, dass das Bundesverfassungsgericht das wieder verbietet und ich finde es auch so ein bisschen unseriös, sich damit hinzustellen und Werbung zu machen. Mit so einer Verfassungsbeschwerde, wenn man eigentlich ganz genau weiß oder jedenfalls wissen müsste, dass man die Trojaner nicht ganz wieder abschafft hat. Aber was ist denn dein Punkt dann dabei? Mein Punkt ist, dass die Regeln, die jetzt in der Strafprozessordnung neu stehen, viel zu weit gehen. Dass also quasi die Kataloge, in welchen Ermittlungsverfahren man diese Technik einsetzen kann, viel zu weit gehen. Dass auch zum Beispiel die Grenzen der laufenden Kommunikation nicht eingehalten worden sind bei der Quellen-TKÜ, dass da auch frühere Nachrichten abgehört werden dürfen. Aber das sind aus meiner Sicht eher Details. Das hat der Gesetzgeber zwar geschlampt, das ist nicht in Ordnung, das verstößt gegen frühere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Aber da spielt aus meiner Sicht weniger die Musik. Die eigentliche Musik spielt da bei der Gefährdung der IT-Sicherheit generell. Also man muss wissen, um quasi diese Staatstrojaner anwenden zu können, um auf die Telefone, Computer, Tablets raufzukommen, brauchen die Ermittler Sicherheitslücken. Ohne die geht es nicht. So ist es. Man braucht sogenannte Sicherheitslücken oder im Hacker-Jargon heißen die dann auch Zero Days oder O Days, also unbekannte Sicherheitslücken, mit denen man dann in sich in die Geräte reinhackt. Und das Problem ist, diese Sicherheitslücken kann natürlich nicht nur das Bundeskriminalamt ausnutzen, sondern wenn diese Sicherheitslücken zum Beispiel in iOS, also in dem Betriebssystem von einem iPhone drin sind, wenn das quasi einfach nicht dicht ist, nicht sicher ist, dann kann das auch jeder Cyberkriminelle ausnutzen oder irgendwie der russische Geheimdienst. Und es wäre doch durchaus so vom Verständnis so eigentlich, dass, ich würde davon ausgehen als Bürger, wenn das Bundeskriminalamt oder Verfassungsschutz oder irgendeine andere Behörde, sag mal so eine Lücke findet, eine bisher unbekannte Lücke, über die eigentlich jeder auf so ubiquente Software zugreifen kann, dann melden die das. Das wäre eigentlich die Erwartung. Eigentlich würde man denken, wenn eine Behörde, eine Sicherheitsbehörde, die ja auch Cybersicherheit eigentlich fördern soll, wenn die erfährt, hey, das iPhone ist unsicher oder Windows ist unsicher, kann man einfach hacken, dann würde man denken, die melden das an Apple oder an Microsoft, damit die Lücken geschlossen werden. Haben sie bislang auch hoffentlich gemacht, aber nun dürfen sie ja Trojaner einsetzen. Und für diese Trojaner brauchen sie ihrerseits Sicherheitslücken. Das heißt also, allein die Tatsache, dass sie Trojaner einsetzen dürfen, die schafft einen enormen Anreiz für alle deutschen Behörden zu sagen, nee, 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 also die Sicherheitslücke, das ist zwar brandgefährlich, kann zwar sein, dass da tausende oder Millionen von Computern mal gehackt werden, aber das ist uns jetzt mal egal, wir legen diese Lücke in die Schublade, in unser kleines digitales Waffenarsenal und wenn wir mal irgendwann jemanden hacken wollen, dann haben wir da eine schöne Sicherheitslücke. Ja und jetzt kann man denken, es ist ja alles nur theoretisch, aber wir erinnern uns an WannaCry, diese Software, die weltweit Krankenhäuser, Autofirmen, alles mögliche lahmgelegt hat. Genau, also die Produktion, ich glaube von Renovas oder von Peugeot, also vom großen französischen Autohersteller lag komplett lahm mehrere Tage, weil dieser WannaCry Trojaner die Computer da befallen hatte, das britische Gesundheitssystem, das National Health Service lag auch ein paar Tage brach, genau wegen desselben Dings und die Sicherheitslücke, die dem zugrunde lag, war seit etwa acht Jahren bekannt oder seit sieben Jahren, nämlich die National Security Agency, die IT-Hackingbehörde der Vereinigten Staaten, kannte diese Sicherheitslücke, hat sie aber genau aus diesem Grunde, um andere hacken zu können, nicht preisgegeben. Hat sie also nicht an Microsoft gemeldet und so konnte Microsoft die Lücke nicht schließen und dann irgendwann wurde die NSA selber gehackt und diese Sicherheitslücke fiel quasi in die falschen Hände und dann haben die daraus einen Erpressungstrojaner gebaut. Und was glaubst du, was soll das Bundesverfassungsgericht sagen? Man muss ganz deutlich sagen, was wir da vorhaben, das ist rechtlich total modern, das ist also wirklich eine sehr fortschrittliche Argumentation, wir sagen halt dieses IT-Grundrecht, wonach man Computer im Prinzip nicht hacken darf, das schützt nicht nur uns Einzelnen, sondern das hat auch eine Dimension, wo die Allgemeinheit geschützt wird. Das enthält quasi in der juristischen Fachtimologie einen objektiv-rechtlichen Gestaltungsauftrag an den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber muss unser Recht so bauen, dass möglichst viel Cybersicherheit gewahrt wird und deswegen darf er den Behörden nicht erlauben, geheime Sicherheitslücken einzusetzen. Wir sagen, es gibt genügend Sicherheitslücken in allen möglichen Computern, die längst bekannt sind, die der Hersteller auch eigentlich schon geschlossen hat, wo die Leute aber zum Beispiel ein altes System einsetzen. Und wir sagen, der deutsche Staat darf unter bestimmten engen Voraussetzungen hacken, aber er darf keine Geheimsicherheitslücken einsetzen. Nur öffentlich Bekannte? Ja, öffentlich oder jedenfalls dem Hersteller Bekannte, die meisten sind dann irgendwann auch öffentlich, aber die entscheidende Frage ist, weiß der Hersteller, dass es diese Lücke gibt, hatte der Hersteller eine faire Chance zu patchen? Und dann sagen natürlich Polizeibeamte schnell, naja, aber dann wird das Hacken natürlich schwerer und dann sagen wir, ja, das stimmt, aber das ist halt der Deal. Ja, diese Geheimlücken auszunutzen ist viel zu gefährlich, man darf nur die Bekannten ausnutzen, denn ehrlich gesagt, die Systeme sind immer noch lückenhaft genug. Nicht umsonst gibt es ja auch so schon ohne Ende Trojaner, also quasi illegale Trojaner, die irgendwie Computer infizieren, wo Lücken ausgenutzt werden, die längst gepatcht sind. Und wann rechnet er damit im Ergebnis? Also das ist ganz schwer zu sagen, wir reichen das jetzt erstmal ein in diesen Tagen, wann das Bundesverfassungsgericht darüber entscheidet, ist unklar. Also was wir da machen, das ist echt kompliziert, wir hoffen sehr, dass die Richterinnen und Richter sich die Zeit nehmen, um sich da so richtig reinzufuchsen und eine mutige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, es ist so ein bisschen so die letzte Chance, denn wenn das jetzt so durchgewinkt wird und wenn die Bundesrepublik quasi keine Spielregeln auferlegt bekommt aus Karlsruhe, wenn also der deutsche Staat hacken kann, bis der Arzt kommt, dann ist der Zug irgendwann abgefahren. Also wir hoffen sehr, dass Karlsruhe da engagiert entscheiden wird. All right. Ich würde sagen, damit stehe ich mal hier in meine Kapitelmarke. Ich denke, wir sind durch. Fair up. Dunk. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Es war sehr schön. Remo, Matthias, Johannes, Simone. Hier stand, war Wasser drauf. Oh je. Andi, Sibylle, Eisbär, Tobi, Dagmar, Anja. Und natürlich vielen Dank an unsere Gastgeber. Herzlichen Dank, dass wir da sind. Uwe, Katrin, Manni, Susi, Christian und Nora, dass wir hier sein durften in Hedinsö. In Hedinsö, in Kloster auf Hedensee. Herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart und habt noch einen schönen Abend. Dankeschön.